Musik Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Steifenquadrat, heute mit Kasper von Alberden. Thomas Raukamp, hallo, wie geht's? Und live unter Farbe in Bremen, Stefan Molz. Sehr schön, Stefan sitzt immer noch bei sich im Homeoffice, wir hingegen sind umgezogen. Ja, wir sind eine Etage tiefer, ist das jetzt kein Aufstieg, doch es ist irgendwie schon ein Aufstieg, obwohl es tiefer runter geht. Es geht wie immer abwärts. Es geht abwärts, es geht bergab, wir haben den Zenit überschritten mit dem Podcast. Nein, wir sind, wer auf Instagram das gerade vielleicht schon gesehen hat, ich habe es eben schon gepostet, wir sind in einem eigenen Podcaststudio. Genau, wir haben ja schon angefangen zu basteln, das ist noch nicht so ganz fertig. Nein, ein bisschen fehlt noch was. Aber ihr klebt schon irgendwie China Styropor an den Wänden. Für Schweinegeld. Ja, wir haben Stühle, einen Tisch, ein Mischpult, ein Mac. Es kommen noch bessere Mikrofone. Ja, mit Mikrofonarmen sogar. Das heißt besser, wir haben jetzt ja auch Headsets, die sonst im Radio verwendet werden, die sind schon auch nicht ganz scheiße, aber wir sind glaube ich nochmal ein bisschen besser aufgestellt, wenn wir eigenständig Mikrofone haben, das stimmt wohl, ja. Es gibt dieses Radio noch? Ja, angeblich. Irgendwo müssen die ganzen ARD-Podcasts hierher kommen. Da sagst du dran. Das ist wie bei uns, die werden auch nicht nur für iTunes produziert. Ja, wir haben jetzt, wir haben gerade das aktuelle Heft abgegeben, das gibt es dann ab 5. September im Handel, haben die IFA vor der Brust, haben die Apple Keynote vor der Brust. Und wir fangen aber da an, wo wir gerade schon waren, glaube ich, nach China Styropor kommen China Armbänder. Quasi, die sind wahrscheinlich aus dem selben Material. Aus dem Kunststoff, das ist recycelter Audio-Kunststoff wahrscheinlich. Nein, Molzi und ich, wir haben unabhängig voneinander, ohne dass wir das wussten, AliExpress bemüht und da mal ein bisschen geshoppt. Stefan, du hast dir eine Hülle geholt, richtig? Ja, genau. Ich war nämlich auf der Suche nach einer neuen Silikon-Hülle für das iPhone meiner Frau und war ehrlich gesagt so geizig, 50 Euro im Media Markt zu lassen für so eine originale Apple-Hülle und dachte mir, das muss auch günstiger gehen. Und dachte mir, bei den Chinesen, da könnte es dann was werden für einen Euro 50. Und wie teuer ist es jetzt geworden? Ja, ich glaube, mit diesem Versand, mit dem man nicht drei Jahre auf das Paket wartet, sind es dann irgendwie 3,80 Euro oder sowas. Also okay, aber ich kann halt auch nichts darüber sagen, wie denn das Produkt ist. Wobei ich mir denke, okay, Apple wird auch nicht viel mehr für die Hülle im Einkauf zahlen als für den Preis, den sie bei AliExpress aufrufen. Von daher mal abwarten, was da kommt. Ich schaue mir das gerne an. War aber etwas verwundert, als ich dann noch ein bisschen weiter blätterte auf der Startseite der AliExpress-App, was einem da so alles angeboten wird und wie das durch die Apple-Jugendfreigabe gekommen ist. Da gibt es nämlich einige sehr, eigentlich, ich wollte sagen, eindeutig, zweideutig, aber eher eindeutig, eindeutig Dinge im Angebot, über die ich eigentlich gar nicht sprechen will, weil sie mir die Schamesröte ins Gesicht tragen. Tust du nur die ganze Zeit schon? Naja, das ist, die App selber ist wahrscheinlich auch nur, spiegelt auch nur die Webseite wieder, oder? Genau, ich vermute es. Ja, also wird die App wahrscheinlich durchgekommen sein, weil die Inhalte dann ja nicht da drin sind, sondern von der Webseite kommen. Also AliExpress ist ein weltweiter Versand und kein Kieler Pizzadienst. Nein, schade. Eigentlich, das wäre doch nochmal was. AliExpress ist sowas wie, ja kann man sagen sowas wie Amazon in China? Amazon in Groß. Ja, Amazon in Groß. Ja, Marketplace, oder? Also vor allem Marketplace. Ja, oder Marketplace. Da bieten die auch selbst an, also das weiß ich gar nicht. Das ist ja eine gute Frage. Gibt es auch AliExpress als Verkäufer oder sind die quasi nur Handelsplattformen für Hans und Franz? Weil so die Verkäufer, die ich mir angesehen habe, waren dann halt irgendwie supercool 1978 oder irgendwie sowas. Das kann ich dir so genau gar nicht sagen, weil ich natürlich als rechtschaffender Bürger nur Originalprodukte kaufe. Es gibt auch noch keine Smart-Lautsprecher von AliExpress. Nee, ich glaube noch nicht. Und AliExpress will auch nicht auf den Mars oder Mond fliegen oder so? Und die haben wohl auch keine eigene Serverfarben, die sie als Service anbieten, glaube ich, oder? Weiß ich nicht, gehört AliExpress nicht auch irgendein so einem superreichen Typen, dem sich Firmen gehören? Wahrscheinlich. War da nicht irgendwie auch sowas? Oder ist das WeChat, was da so... Nee, nee, das gehört irgendein so einem superreichen. Mir fällt der Name nicht ein, ich hatte nur so ganz im Hinterkopf noch, dass das wohl ein sehr unangenehmer Mensch sei, weil der so Statesmans zum Besten gibt, wie eigentlich kann man ja auch als Arbeitnehmer das Wochenende überarbeiten und Pausen sind eigentlich auch scheiße. Ah, so einer ist das sehr schön. Genau. Der Mensch heißt Jack Ma. Also Jack wie Bauer und Ma wie, naja, M-A. Das ist aber auch ein Künstlername, oder? Genau wie Eddie Q. Ja, kennt ihr die ganzen E-Mails, die aus China kommen, wo sich die Chinesen selbst europäisch oder amerikanisch bingende Namen geben? Jack und John und Sam und ja. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass es hier nicht abrutscht. Ja, genau. Ich wollte mein Armband, ich habe ja Kurzbefürchtung gehabt, dass das, wie Sebastian gerade gesagt hat, als völlige Kopie hier ankam. Ich hatte ja schon erwartet, dass das irgendwie in so einer typischen Apple Watch Pappverpackung mit Apfelzeichen überall drauf und so. Das ist zum Glück tatsächlich nicht der Fall gewesen. Dafür war die Verpackung das billigste, was ich je gesehen habe. Es war quasi ein Plastiktütchen. Das Armband selber ist kaum zu unterscheiden von einem Original Apple Watch Armband, aber es steht zum Glück auch nirgendwo Apple oder irgendwie sowas drauf. Die Qualität ist, bis jetzt habe ich noch keinen Hautausschlag oder ähnliches bekommen. Es riecht auch überhaupt nicht nach Plastik. Das sieht nicht mal schlecht aus. Nee, es sieht nicht mal schlecht aus. Es ist so ein rötlicher Farbton. Insofern, und meins hat 2,49 Euro gekostet. Ich habe halt sechs Wochen drauf gewartet, weil es kein Express-Versand war. Bei AliExpress? Nee, ist nicht von AliExpress. Doch, ist von AliExpress. Da gibt es, also ich finde, es ist im Namen schon drin, oder? Da gibt es etwas anderes als Express-Versand. Ja, der normale Versand ist, der ist halt, ich weiß nicht, wie das dann kommt, einfach so auf einem anderen Paket mit drauf oder so. Aber der Wahnsinn ist doch aber, dass man überhaupt, also, dass man für den Gesamtpreis, den Menschen bei AliExpress bezahlen, überhaupt irgendwas einmal um drei, vier der Welt schwingen kann. Das ist auch das, was ich am erschreckendsten eigentlich da dran fand. Ich fand, für 2,49 Euro, inklusive Versandkosten, ist das Ding hergestellt worden, es ist verpackt worden, es ist versendet worden und es ist geliefert worden. Aber das Interessante ist doch, das zeigt ja auch, wie hoch die Margen sind der Produkte, die sonst verkauft werden. Oder umgekehrt, wie traurig das ist, zu welchen Kosten heutzutage, inklusive Personalkosten, muss man ja immer dazu sagen, heutzutage produziert werden. Genau, das ist es ja, also Produktionskosten, ich glaube, dass das vielleicht auch im Original 10 Cent oder so kostet, das Plastik selber, dann noch in diese Maschine einspannen, das ist nicht das Problem. Mich hat eher so die Versandkosten und wirklich der menschliche Faktor daran etwas erschreckt. Ja, Nachhaltigkeit sieht definitiv anders aus. Ja, auch Arbeitsrechte sehen wahrscheinlich ganz anders aus. Also das ist immer dieser geilste, das ist immer so diese Schattenseite, finde ich, davon. Naja, auch Produktqualität finde ich ist dennoch ein Stechwort auf, dass man nochmal zurückkommen muss. Weil ich bin mir sehr sicher, dass du dir bei so einem Apple-Armband sicher sein kannst, dass da keine Farbstoffe drin sind, die irgendwie auf lange Zeit Allergien provozieren oder vielleicht sogar krebserregend sein könnten. Und nun sagtest du, okay, dich juckt es irgendwie nicht mit dem Armband, aber das ist natürlich kein wissenschaftlicher Beweis dafür. Nein, um Gottes Willen. Also wenn du bist der Rechtshänder und trägst dir die Uhr links, das macht ja nicht so viel, wenn der Arm abfällt. Achso, ne, ja, ne, ich möchte schon, ich habe vorhin, weil ich, was hatte ich in der Hand, ich habe einhändig getippt, das ging schon gar nicht. Also ich möchte das in Zukunft nicht häufiger machen. Nein, ich wollte tatsächlich einfach mal wissen, wie das ist und was dann da ankommt. Das war der eigentliche Experimentierpunkt. Erschreckend gutes Ergebnis vom Armband her, aber wie gesagt, man muss diese Dinge im Hinterkopf behalten, glaube ich, die da so mitschwingen für 2,49. Ich bin mir sicher, dass Apple, ich weiß nicht, die verlangen ja über 50 für so ein Sportarmband, das finde ich zwar auch immer noch zu viel, aber ich hoffe wenigstens, dass da die Leute, die das produzieren, ein bisschen was von haben. Ich habe zwischendurch nochmal, um unsere aller Ehre zu retten, nochmal geguckt, wie Jack Maher und diese Firma so aufgestellt ist. Die eigentliche Firma ist Alibaba. Und dazu gehören ein paar Unternehmen. Ich würde das einmal kurz erzählen. Es gibt Alibaba.com als Business-to-Business-Handelsplattform, Aliexpress als Business-to-Customer-Handelsplattform. Es gibt Taobao, ein Online-Auktionshaus, also quasi Ebay. Es gibt Ant Financial, ein Finanzdienstleister. Drin hängt Alipay, was dasselbe macht wie Google Pay und Apple Pay. Es gibt Alijun-OS, ein Webservice für Cloud Computing und Data Management. Es gibt die Website 1688.com, steht hinter China Regional Business-to-Business-Handelsplattform. Es gibt T-Mall, ein Online-Kaufhaus. Das ist dann vermutlich Amazon. T-Mall. Es gibt G-U-R-S-One, eine Rabattangebote-Website. Ich habe noch drei. Es gibt amap.com, ein Online-Kartendienst. Es gibt Alibaba Pictures Group. Filmproduktionen sind beteiligt gewesen beispielsweise an Star Trek Beyond und Mission Impossible Fallout. Und als letztes, um auch den Herrn von Alvaron endgültig zu widerlegen, Alibaba Cloud, das Cloud Computing-Angebot. Die haben doch auch irgendeinen Chat-Service im Angebot oder habe ich den verpennt eben? Vielleicht gehört der mit in dieses Alijun-OS mit rein oder so. Ja. Möglich. Der ganze Bums hat 2019 knappe 102.000 Angestellte. Wie viel? Ja, 102.000. Mann, Mann. So viele Menschen kenne ich gar nicht. Das ist eine kleinere Firma. Ja, also. Ja, soviel dazu. Also wir völlig unwissend wieder mal. Und trotzdem sollte man, wenn man beim China-Schnäppchen oder Asia-Schnäppchen von Adiexpress trotzdem mal drüber nachdenken, was da vielleicht noch so mitschwingt. Was machen die anderen Chinesen eigentlich hier? Xiaomi. Die haben halt auch in Deutschland das Flug an mir vorbei. Jemand hat das in die... Ich war das. Ah. Xiaomi. Lange Zeit nur in China und in Indien erhältlich. Ja, man könnte sagen, ähnlich, also nicht ganz so breit aufgestellt wie zum Beispiel Samsung, aber durchaus ein Elektronik-Mischkonzern. Nicht nur Smartphones, hauptsächlich Smartphones. Aber auch zum Beispiel sehr gute Staubsackroboter, wie wir feststellen konnten. Testsieger bei uns. Ja. Ähm, 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 die Smartphones hatte ich bisher schon mal das Vergnügen mit. Ähm, 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 wie gesagt, es war bisher, die Smartphones waren bisher hauptsächlich in China und in Indien erhältlich und in Deutschland und in, und in weiteren Staaten hauptsächlich im Import. Ähm, 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 was auch nicht weiter schlimm war, weil jedenfalls die gängigen Produkte von Xiaomi zumindest mit einem, einer internationalen ROM kamen, sprich einer deutschen Benutzeroberfläche, wenn man sie dann bei der Installation eingestellt hat. Und Xiaomi, ähm, ist also nicht besonders klein, ist auch nicht irgendwie die kleine Klitsche aus der Nachbarschaft, sondern Xiaomi ist mittlerweile, ich glaube, der viertgrößte Smartphone-Hersteller der Welt und kratzt interessanterweise am dritten Platz von Apple, obwohl man große Teile von Europa und Amerika noch gar nicht erschlossen hat. Und Xiaomi startet nun also offiziell in Deutschland. Es gab immer mal wieder so Aktionen bei einigen deutschen Händlern, zum Beispiel bei Konrad und Cyberport. Nun kommt aber das High-End-Smartphone MI 9T Pro. Die MI-Serie ist so ein bisschen das, was, glaube ich, das iPhone ist bei Apple. Ist ja die Luxus-Variante von denen. Ja, genau. Ähm, Luxus muss man einschränken. Das ist also ein Gerät. High-End, wollte ich sagen. High-End, nicht Luxus. Genau. Jedenfalls nicht im Preis. Das ist also ein Gerät, das durchaus vergleichbar ist mit einem High-End-Apple-Smartphone. Und läuft so bei um die 500 Euro, sprich weniger als die Hälfte. Und ja, da tut sich was auf für den deutschen Markt. Da könnten so einige Hersteller, nicht nur Apple, so ein bisschen nervös werden, so langsam. Und ich muss auch dazu sagen, ich hatte schon, ich glaube, zwei Xiaomi-Smartphones. Die machen ihre Sache gut. Das ist richtig gute Hardware, besonders das Display ist sehr gut. Sehr gut. Die haben eine eigene, ja, Android-Anpassung, würde ich gar nicht sagen. Die eigene Android-Oberfläche, die sich sehr eng an Apple orientiert. Und Xiaomi gilt sowieso allgemein so ein bisschen als Apple-Copycat, glaube ich. Früher noch mehr als heute. Besuch zum CEO, ne? Da ja auch ein Blue-Jeans- und Schwarz-Wall-Krankpullo auf der Bühne steht. Ja, auf der Bühne steht, ja. Ja. Trotzdem, also da kommt ein Schwergewicht auf den deutschen Markt. Ja, das Mi 9T Pro, von dem du gerade sprachst, ist schon auf Platz 1 der deutschen Amazon-Bestseller-Charts. Tatsächlich. Wie heißt das? In welcher Kategorie? Mi 9T Pro. Ja. Kategorie hat er gefragt. Ja, ich gucke gerade in dem. Kostet 449 Euro. Nicht, dass wir hier jetzt gerade große Werbung für Xiaomi fahren. Aber es ist schon interessant, oder? Aber die dürften hier werben? Ja, also der darf ruhig anrufen und Werbung schalten. Na klar, logisch. Wie heißt der noch? Der Xiaomi-Chef, das finde ich auch noch raus. Ach ja, wir waren ja erst beim Alibaba-Chef. Entschuldigung. Lei Yun. Lei Yun. Also, sollte er zuhören, kann durchaus sponsern hier, ne? Ja, wenn er uns versteht. Nein, ich, wegen Deutsch. Also, das... Was ist eh mir schon wieder hier andichtet? So war das nicht gemeint. Ein deutschsprachiger Podcast hat es im internationalen Raum immer nicht so leicht. Das stimmt, ja. Das stimmt. Im chinesischen auch. Gut. Okay, Xiaomi ist übrigens nur Xiaomi. Ah, okay. Das scheint, das gehört nicht irgendwo mit rein. Zusätzlich zu diesem Luxus-Smartphone oder High-End-Smartphone ist zum Beispiel auch diese Fitness-Tracker von Xiaomi. Die sind, glaube ich, auch sehr beliebt und sehr gut. Zum Beispiel das MI Band 4. Das ist auch offiziell in Deutschland noch erhältlich jetzt. Dass sich das auch mit Apple-Produkten zusammenarbeitet, meines Wissens nach. Sind die nicht auch so unfassbar günstig? Waren das die, die irgendwie bei 20 Euro starten? Also, ich glaube nicht das aktuelle, aber allgemein der Fitness-Tracker. Irgendwie war das mal... Das haben wir auch in der MacLive schon vor ein paar Jahren mal empfohlen für Menschen, die da so einsteigen wollen, dieses Fitness-Tracking-Gelüge. Ein steiger-Modell sehe ich gerade, fängt bei umgerechnet, ja, oder fängt bei 22 Euro an. Ja. Also, ich kenne auch Leute, die dieses Band ganz explizit wegen seinem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis kaufen und auch, wenn ein neues rauskommt, auch immer gleich schon ganz heiß sind, was dieses Band. Das Abo haben dann, oder? Bei 20 Euro? Ja. Wenn alle halbe Jahre eins kommt oder so? Ja, ich glaube, es kommt einmal im Jahr Neues raus, aber die sind, da ist es, da sind große Fans von den Fitness-Armblen. Der Leiter dieses Medienhauses zum Beispiel hat ein Xiaomi-Fitnessband. Ist das so? Ja, das ist das so. Guck mal. Verrückter Typ. Ja, absolut. Ja, also ich glaube generell, um das Thema mal abzuschließen, ich glaube generell, dass wir von chinesischen Herstellern, was Smartphones und Computertechnik und solche Dinge betrifft, in Zukunft noch viel mehr hören werden. Ich will gar nicht so sehr auf chinesische raus. Oder asiatische. Ich glaube, dass die Akzeptanz dadurch für Geräte steigt. Die ist schon jetzt hoch, wo nicht das Apple-Logo drauf ist, wo man aber mittlerweile mitbekommen hat, dass trotzdem eine hochwertige Hardware geliefert wird. Ja. Und das Betriebssystem mittlerweile so ist, dass es einfach gut aussieht, dass es leicht zu benutzen ist. Ich glaube, es verschiebt sich da zur Zeit so ein bisschen was. Aber siehst du da irgendeinen Hersteller, der nicht aus China kommt? Das wird schwierig. Oder nicht in China produziert. Okay, das machen sie alle. Das wird noch härter. Aber ich meine, Samsung ist so drauf gefahren. Also ich habe da neulich mal so dieses aktuelle… Koreaner muss man dazu sagen. Genau, deswegen sehe ich die auch nicht mehr drin. Und die haben, ich habe neulich dieses aktuelle Samsung-irgendwas-Telefon in der Hand gehabt mit dem Display, was so um die Kante rum geht. Das haben sie ja nur schon seit ein paar Jahren. Genau, aber die haben ja mehrere aktuelle Modelle. Aber das in der Hand mit dem darum gebogenen Display, wo der Benutzer, der Besitzer dieses Telefons sehr darauf geschimpft hat, weil das wohl keine gute Erkennung hat von wann man was bewusst oder aus Versehen macht. Und das hat ein Spaltmaß wie so ein Tesla. Das ist auch irgendwie eine Frechheit. Das habe ich bei den ganzen Produkten, die, naja, die Xiaomi-Telefone, die wir hatten, das wir nicht gesehen. Das sah aus wie, so gehören halt Telefone, fand ich. Ich finde die auch sehr elegant. Wie gesagt, es ist eine hohe Akzeptanz, die strahlen einen gewissen Luxus aus und da verschiebt sich zur Zeit wieder ein bisschen was. Verarbeitungsqualität, solche Dinge. Kamera, Kamera, sehr gute Kameras. Ja, das ist vielleicht ein Grund auch, warum Apple weiter mit dem iPhone hochpreisig bleibt, weil die werden sich nicht auf diesen Preiskrieg einlassen. Und verdienen tut man nach wie vor im Luxussegment. Sonst muss man halt Dumpingpreise und dann kann man nur über die Masse gehen am Ende. Und ich glaube, der Zug ist für Apple abgefahren und da wollen sie auch nicht mehr aufspringen. Das nur so ein bisschen als Background, weil ja immer viel geschimpft wird. Ja, warum kein neues iPhone SE oder sonst was. Ich glaube, das ist der Background. Ich denke, die haben auch keinen Bock drauf. Und die wollen auch nicht so viele verschiedene Plattformen unterstützen überhaupt. Das heißt, keinen Bock drauf. Also könnten sie damit Geld verdienen, hätten sie da Bock drauf. Na klar, ne? Genau. Aber ich glaube, da ist der Markt so ein bisschen zu gesättigt jetzt für. Ich weiß nicht, ob so ein SE tatsächlich sich noch hervortun würde gegen irgendein Xiaomi. Nur durch die Displaygröße. Also ich glaube, ich habe mehrere Leute im Freundeskreis. Vielleicht habe ich ihn seltsam im Freundeskreis. Aber ich habe viele Leute, die immer noch sagen, dass sie dieses kleinere 4 Zoll Display oder ein bisschen größer als 4 Zoll, 4,5, 5 Zoll, dass sie das vermissen. Wirklich vermissen. Und die haben sich extra nochmal mit den letzten Chargen von iPhone SE eingedeckt, bevor das nicht mehr verkauft wurde, weil sie das Gerät so lieben. Und ich glaube, mit einem kleineren Gerät könnte man durchaus noch was reißen. Ich glaube auch, also alles, was über so 5 Zoll rausgeht, ich hatte sowas auch schon, ich möchte es eigentlich nicht. Ich finde aber auch noch ein wichtiges Argument ist, dass der Software, also ich habe halt beim, ich glaube, das ist immer so das Totschlag-Argument gegen so China-Telefone nach dem Motto, ja, da ist zwar irgendwie ein Android drauf, aber dass da mal irgendwie ein Update passiert, das erlebt man im Zweifelsfall eher nicht. Aber beim iPhone kann es natürlich halt sicher sein, über Jahre hinweg mit Aktualisierungen und auch wirklich großen Updates versorgt zu werden. Bei Xiaomi weiß ich gar nicht, wie das ist. Also ich glaube, da hast du natürlich die Version, die du bei der Auslieferung drauf hast, aber was dann irgendwie an Sicherheitspatches oder gar größeren Versionssprüngen passiert, habe ich selbst gar nicht verfolgt. Die Luxus-Telefone werden ganz gut unterstützt. Ich glaube, dieser Bann ist auch gebrochen und es ist mittlerweile fast nur noch ein Mythos. Jedenfalls, wenn du bereit bist, etwas mehr im Android-Markt auszugeben, zum Beispiel Google hat diesen Bann gebrochen, spätestens mit dem Pixel 3 und den entsprechenden Ablegern, bist du einfach auf der sicheren Seite. Dort bekommst du als erster jeweils die neueste Android-Version. Also ich glaube, das haut nicht mehr so hin, wenn du natürlich nur bereit bist, irgendwie 200 Euro irgendwie für dein asiatisches Smartphone auszugeben. Ach, mal ganz ehrlich, Leute, da musst du auch ein bisschen damit leben. Dass man bei Google direkt mit Updates versorgt wird, finde ich ja selbstverständlich. Aber tatsächlich würde es mich jetzt im Fall Xiaomi interessieren, wie das da aussieht. Aber wenn du da dann doch knapp 500 Euro ausgibst und ein Telefon hast, das softwareseitig vielleicht nur ein Jahr aktuell ist, das aber dann im Vergleich zu einem iPhone wurde, ich sag mal, auch drei oder vier Jahre gut was von hast, ohne irgendwie Angst haben zu müssen, dass sich irgendwie Sicherheitslücken öffnen, groß wie Scheunentore, dann sieht die Rechnung halt über die Jahre gesehen vielleicht doch anders aus. Im Fall Xiaomi bin ich da überfragt, muss ich ganz ehrlich zugeben. So sehr habe ich mich da bisher nicht drum gekümmert, weil ich ein Google-Smartphone habe. Mit diesen Sicherheitslücken muss man auch ein bisschen aufpassen. Also grundsätzlich bloß, weil eine Android-Version nicht mehr abgedatet wird, ist sie grundsätzlich nicht unsicher. Es gibt ja dieses Google-Programm mittlerweile, wo dann auch noch Sicherheitsupdates eingespielt werden. Also man muss da so ein bisschen aufpassen, dass man nicht in alte Reflexe verfällt. Aber ich stimme dir grundsätzlich zu, es gibt sicherlich viele, viele gute Argumente für das iPhone nach wie vor. Das wollen wir alle hoffen. Ich glaube, dass diese Update-Geschichte einen geringen Prozentsatz an Nutzer überhaupt interessiert. Das ist der nächste Punkt. Aber das ist das Problem. Ja, natürlich ist das ein Problem. Aber im Endeffekt ist ja der Nutzer, der eine Kaufentscheidung trifft, die treibende Kraft. Und das ist ja immer bei der Menschheit so. Und solange denen das nicht wirklich interessiert, sind die Hersteller auch nicht unbedingt wild dahinter, das auch echt zu tun. Natürlich gibt es viele Leute, gerade so in unserem Bereich oder aus dem technischen Bereich, oder Leute, die sich dafür interessieren, die sagen, ja, ich achte schon darauf, dass da noch in zwei Jahren Updates kommen. Aber wenn ich mich so umgucke, den Großteil der Leute, scheiß drauf. Ich kenne viele Leute, die sogar so davor sind, dass sie ein bisschen genervt fast über Updates sind. Oh, jetzt gibt es wieder ein neues Android-Update oder iPhone-Update. Und oh nein, jetzt ist es wieder irgendwie, irgendwelche neuen Funktionen, finde ich was nicht. Ich glaube, ich schiebe das noch ein bisschen auf. Meinst du, ich muss das machen? Werd ich wirklich gefallen. Ja, ja, ich auch. Die Bereitschaft ist da ganz gering. Irgendwie fast wie auf dem Desktop. Ich glaube auch, dass da ein bisschen das Ganze versaut worden ist auf dem Desktop. Also dadurch, dass es ja diesen Microsoft, das ist immer noch der Patch-Tuesday ist, wo dann ein Rechner dann, und den kannst du auch nicht ausschalten dann. Und dann macht einfach, also das nicht aktiv deaktiviert, schön. Wenn du es nicht bewusst deaktiviert hast, dann fängt er automatisch an mit Updates. Und du kannst bei den Stunden nicht arbeiten zwischendurch. Und das ist halt irgendwie großer Murks. Und du hast auch bei Microsoft in der Regel gar keine Chance mitzubekommen, was diese Updates denn wohl tun. Plus, dass Microsoft da wirkliche Sprünge auch manchmal gemacht hat. Genau. Windows-Version rausgehauen hat, die definitiv anders aussahen. Aus die Vorgänger-Version definitiv ganz anders. Ganz anders. Das kann man natürlich auf der einen Seite auch positiv finden. Jedenfalls trauen sie sich mal was. Auf der anderen Seite, ich verstehe schon irgendwelche Mitarbeiter, in irgendwelchen, ohne die jetzt, ja, dann sind wir wieder, wie, drücken wir es politisch korrekt aus. Ich verstehe schon irgendwelche Menschen, Sekretärin oder was weiß ich, die dann verwirrt sind und gerne ihr Standardvorhaben weiter so durchführen, dass sie nicht verwirrt sind. Ja, oder auch genervt häufig genug, ja. Also, ich habe das auch, wenn ich so, ich habe noch einen Computer zu Hause rumstehen, auf dem ein, also bei meinen Eltern rumstehen, auf dem ein Windows läuft. Und da ist gefühlt jeden zweiten Freitag mal jemand dran. Und jedes Mal, wenn das Ding angemacht wird, kannst du eine Stunde warten. Weil du kannst mit dem Ding einfach nicht arbeiten. Oh, hier, es gibt Updates, ich mach mal, ne? Hast du die Wahl zwischen ja und okay? Man muss aber sagen, dass ein macOS-Update ja auch nicht das schnellste ist, ne? Nee, genau. Aber da passieren wie viel von? Drei im Jahr oder so? Es ist halt nicht jeden Monat oder mehrfach im Monat, dass du dich installieren musst. Und ein Punkt, den ich noch habe, ist, anders als bei Microsoft, hast du bei Apple ja durchaus die Chance, zumindest mitzubekommen, was das Update denn wohl tun wird. Weil Apple ja alles dafür tut, also die haben ja zum einen ihre eigene Präsentation plus, wenn ein neues iOS rauskommt, ist das halt auch eine Meldung auf Spiegel Online. Du kannst dem ja kaum noch entgehen, dass du mitbekommst, dass es ein neues iOS gibt. Naja, größere Versionssprünge von Windows werden schon abgebildet. Naja, aber das ist, was du ja gerade gesagt hast, die sind ja auch teilweise ja ganz gut versteckt. Du installierst ein Update, eins von den 27 hier angezeigt und das sorgt dafür, dass dein Startmenü anders aussieht. Ich glaube, es ist auch die Art und Weise des Updates. Also ich hatte jetzt das Vergnügen, vier Wochen mit Windows zu arbeiten und es ist mir tatsächlich an einem Arbeitstag passiert, dass morgens um halb elf mein Rechner mir sagte, in drei Minuten fahre ich runter und mache ein Update. Du solltest jetzt alles schließen. Ich konnte das nicht abbrechen. Ich konnte das wirklich nicht abbrechen. Der hat innerhalb von drei Minuten alles an Fenstern geschlossen, ist runtergefahren, neu gestartet und hat ein Update. Das ist eine Administrationssache. Ja, das kannte ich aber auch von meinem Rechner von früher, ohne dass dein Admin dran saß. Und was auch immer schön ist, dass das immer macht, Windows Update, wenn man den anschaltet. Und bei Apple ist es andersrum. Da ist es so, dass sich das mal fragt und das nachts auch gerne selber macht. Und das ist, finde ich, ein ganz entscheidender Unterschied. Nachts? Also ich fühle mich schon so ein bisschen um zehn Jahre zurückversetzt, gerade irgendwie diese Gespräche über Betriebssystem-Updates. In welcher Welt lebt ihr denn? Worauf ich hinaus möchte, ist, dass Windows das offensiver macht und der Nutzer das viel mehr mitbekommt. Ich glaube, dass macOS nicht weniger Upgedatet wird, dass das aber das teilweise selbstständiger macht und den Nutzer nicht so mit einbezieht. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, weswegen man von Windows mehr genervt ist. Ich glaube auch grundsätzlich, dass Windows oder Microsoft einfach, naja, die treffen eben die Mitarbeiter in irgendwelchen Verwaltungen und so weiter, Büros, überall. Und das sind halt Leute, die sich nicht bewusst jetzt irgendeinen Rechner hingestellt haben mit einem bestimmten Betriebssystem, sondern die haben so ihre zwei, drei Anwendungen, die sie vielleicht über den Tag benutzen. In einer Verwaltung vielleicht sogar nur eine, die dann vielleicht nicht mehr läuft oder nicht mehr sauber läuft und dann bist du schon angenervt. So, während die Leute, die an ihrem Mac sitzen, sich, ich würde mal sagen, eine bewusste Kaufentscheidung getan haben. Und dann natürlich auch viel offener dafür sind, hey, es kommt ein neues Betriebssystem. Was kann das denn wohl? Wobei ich auch da unterstellen würde, ich habe mal unser Schwätzer Magazin Beat gemacht. Das ist eine Recording-Zeitschrift hier bei Folke Media. Musiker zum Beispiel sind ganz stark genervt von irgendwelchen Betriebssystem-Updates. Dann funktionieren wieder irgendwelche Treiber nicht oder dies und jenes. Die wollen einfach arbeiten. Die wollen in Ruhe gelassen werden. Und insofern, also es gibt durchaus auch in der Apple-Welt einen gewissen Vorbehalt gegen alles Neue. Wir waren doch ursprünglich bei dem Thema Smartphone-Betriebssystem. Und da würde ich gerne nochmal irgendwie reingrätschen mit, dass es ja Apple eigentlich ganz schlau anstellt, auch mit den kleineren Updates so hinterm Komma, weil die Leute dazu angehalten werden. Und trotzdem, eigentlich ist es in vielen Fällen, denke ich, ein Update, das gerade Sicherheitsaspekte, ja, behebt, Probleme dort behebt. Aber andererseits, vornherum verspricht ja hier, ihr kriegt neue Emojis, neue Memojis und all so Sachen, die quasi orthonormal ansprechen und dann zu einer positiven Einstellung gegenüber dem Update bringen. Und es dann auch tatsächlich installiert wird. Auch die großen Updates. Ich habe da das Gefühl, da wird ja auch immer wieder geworben mit, ey, wir haben schon so und so viele Nutzer auf iOS 12. Das wird bei iOS 13 wahrscheinlich nicht anders sein, weil einfach plakativ tolle neue Funktionen angeboten werden, die du einfach mitnehmen willst. Und dann auch gar nicht so genervt bist vom Update. Aber das gelingt Apple bei iOS auch deutlich besser als bei macOS, weil da sind die Updates tatsächlich ja in aller Regel nur Fehlerbehebungen und selten mal irgendwie eine neue Funktion. Trotzdem stelle ich das etwas in Frage, weil wenn ich mich selber angucke, ja, irgendwie gehöre ich, das ist vielleicht auch eine Generationssache, ich finde es toll, wenn es viele Updates gibt. Es gibt ja auch viele Leute, die völlig genervt sind, wenn dann wieder ihre Apps jeden zweiten Tag abgedatet werden oder was weiß ich. Ich finde es eigentlich gut, wenn abgedatet wird, wenn geflickt wird, wenn neue Funktionen hinzukommen. Wenn ich aber ehrlich bin, auch bei Betriebssystemen ist es so, ich verwende, naja, dadurch, dass wir es beruflich machen, verwende ich vielleicht ein paar mehr Apps als viele Normal-User. Aber trotzdem ist es doch sehr überschaubar, die Anzahl der Apps, die ich täglich verwende. Und eigentlich, sofern es optisch keine großen Unterschiede gibt, sind mir viele Funktionen in Betriebssystem-Updates, na, ich will nicht sagen, egal, aber wenn ich ehrlich benutze, ich die wenigsten. Das ist auf dem Desktop ja nicht viel anders, da kommt irgendwie von deiner Lieblingstextverarbeitung eine neue Version und kann dies und das und jenes. Das heißt, ja, aber wir als Redakteure benutzen ja einen ganz gewissen Funktionsumfang und es ist schön zu wissen, dass daran gearbeitet wird. Ob ich es aber benutze, das ist eine zweite Frage und ich glaube, das geht vielen Leuten so, oder? Ja. Gut. Apropos Update. Oh, ja. Apropos Betriebssysteme, ja. Ich habe die ganze Zeit schon krampfhaft überlegt, wie wir eine Überleitung hinkriegen. Sie lag die ganze Zeit auf dem Präsidierteller. Ja, ein Update, das viele iPad-Nutzer einspielen sollten vielleicht, weil es dann doch ein etwas Größeres ist, zumindest was den Namen betrifft, ist iPadOS. Ich glaube, das wird irgendwann gar nicht mehr anders möglich sein, oder? Da kannst du noch sehr lange auf iOS auf dem iPad rumnüdeln. Also du wirst wahrscheinlich noch zwei, drei Jahre mit iOS 12 rumnudeln können, wenn du möchtest, aber dir werden halt viele Funktionen entgehen, die… Aber es gibt auch keinen Grund, nicht Updater. Du musst aber sehr ignorant sein gegenüber dem Updater. Der wird dich penetrant nerven mit, hier, neues Betriebssystem und so. Es ist ja auch nicht so, dass es einen Grund gäbe, das nicht zu aktualisieren. Nein. Nein. So, es bleibt ja optisch, bleibt es ja wie gehabt, mehr oder weniger, also abgesehen von zwei, drei neuen Features, die dazukommen. Kleinigkeiten auf dem Startbildschirm, die sich im Grunde ändern, aber es ist halt auch immer noch, das haben wir ja schon gesagt, als die Keynote war, haben wir schon drüber gesprochen, wir haben drüber gesprochen in Podcasts danach. Es ist im Grunde ja immer noch auch ein iOS, was einen anderen Namen hat und was sich jetzt Stück für Stück ein bisschen wegentwickeln wird. So geht Apple ja auch bei der Apple Watch, dann nehmen sie was weg. So geht Apple auch beim TV-OS vor. Das ist alles iOS. Das ist alles iOS, genau. Alles Hühnchen, wenn du das Känguru sagt. Es ist alles dieselbe Code-Basis, derselbe Unterbau und dann obendrauf ein bisschen andere Funktionen. Ja, deswegen, ist Apple-OS eine Mogelpackung? Also, ist das aber? Nein. Also, kann man sagen. Nicht mal ich. Hier steht aber auch die passende Frage, braucht es denn überhaupt noch ein weiteres Betriebssystem von Apple? Apple braucht ein Betriebssystem, Apple braucht das Apple-OS, was einfach auf allen Geräten läuft. Würde ich anders sagen. Also, grundsätzlich finde ich diese Frage nach dem Betriebssystem so ein bisschen obsolet im Jahr 2019. Die Leute gehen ja nicht raus und sagen, ich benutze ein iOS-Smartphone, ich benutze ein iOS- oder iPadOS-Tablet. Viele sagen sogar nicht mehr, ich benutze ein macOS-Rechner oder irgendwie sowas oder ich benutze macOS. Ich glaube, diese Frage des Betriebssystems stellt sich immer weniger. Sondern die Leute gehen raus und sagen, ich benutze ein iPhone, ich benutze ein iPad und ich benutze ein Mac. Beim iPad ist es sogar noch stärker, weil es kaum noch Konkurrenz gibt. Und wenn, das ist ja fast wie Ceva-Taschentücher oder Tesa oder was weiß ich. Du gehst raus, du siehst irgendwie, du siehst ein Klebeband und sagst, ach, guck, das ist Tesa irgendwie. Und beim Tablet, geh mal rum, selbst Schüler oder was weiß ich, werden sofort sagen, ah, das ist ein iPad und nicht irgendwie, ah, das könnte auch ein Galaxy-Tab sein. Man weiß es nicht. Es gibt immer diese kleinen Streber. Na gut, naja, ich denke aber schon, dass diese Frage sich nicht stellt mehr heutzutage. Sondern die Leute benutzen, die wollen Services, die wollen Dienstleistungen und die wollen, dass ihre Hardware vernünftig läuft und diese Service und Dienstleistung benutzt und darstellt. Und diese Frage, was darauf nachher für ein Betriebssystem läuft, ich glaube, es stellt sich immer weniger. Insofern geht Apple da auch überhaupt gar kein Risiko, jetzt irgendwie ein iPad-OS einzuführen. Im Grom und Ganzen interessiert das gar nicht so, oder? Das ist natürlich ein Service für uns, damit wir einen Namen haben, den wir verwenden können. Ach, das ist nur für uns gemacht. Aber du jetzt in jedem Artikel immer das iPhone-Betriebssystem und das iPad-Betriebssystem und das Mac-Betriebssystem und das Apple-Watch-Betriebssystem bekommen einen Update. Ah, wie schön, da freue ich mich drauf. Da habe ich endlich meinen Text gleich gefüllt. Worüber man diskutieren kann, ist, das habe ich gestern schon zu dir gesagt, so ein bisschen merkwürdig. Oder das habe ich auch in einem Kommentar in der kommenden MacLive geschrieben. Früher haben sich Apple-User doch herzlich amüsieren können, erst über die zweite Maustaste, dann die dritte Maustaste bei Windows rechnen. Heutzutage musst du erst mal einen Tag irgendwelche Anleitungen studieren für irgendwelche Tap- und Wischgesten, wie du wann, wie oft von unten nach oben und von links nach rechts und von vorne nach hinten wischen darfst. Und irgendwie, das ist schon eine komische Entwicklung, oder? Ich finde, das Gute ist, du musst es eben nicht. Du kannst, ohne dass du irgendeine Wischgeste kennst, kannst du das iPad benutzen und damit glücklich werden. Ja gut, aber dann können wir es auch lassen, oder? Ja, nee, also für jemanden so wie mich, der das auch gerne beruflich unterwegs viel einsetzt. Ich finde das total geil, ich lerne das auch gerne, weil gerade diese neuen Copy-and-Paste-Funktion, das ist ein riesen Fortschritt für mich. Macht vieles einfacher, das ist auch eine Funktion, die ich häufig nutze. Aber du kannst auch, ohne dass alles glücklich werden, auf demselben Gerät. Aber die Grundidee der Maus ist doch, alles einfacher zu machen. Und dann finde ich das eine komische Rückentwicklung, dass man jetzt wieder studieren muss. Also eine Maus ist doch maximal intuitiv, weshalb es auch irgendwie bisher kein anderes Eingabemedium. Es gab ja immer mal wieder Versuche in Sachen, ob es nun Stifte gab oder sonst was. Und das so einzuführen, dass es irgendwie auch vielleicht mal die Maus ersetzt. Das Trackpad vielleicht, was ja irgendwo eine umgedrehte Maus ist. Und insofern empfinde ich das schon als komischen Rückschritt so ein bisschen. Und ich weiß auch nicht, ob es im Sinne des hoffentlichen Friedenruhenden Erfinders ist, jetzt wieder ein Gerät anzubieten, das du studieren musst, wenn du es vollumfänglich nutzen willst. Und da sind wir auch so ein bisschen bei den Einschränkungen des Touchscreen, des Konzepts Touchscreen. Ja, ich würde fast sagen, das Ur-Konzept-Tablet scheitert so ein bisschen. Da sind wir bei dem Artikel von mir in der kommenden MacLive, in dem ich ja versucht habe, mein MacBook mal wieder für zwei Wochen durch mein iPad zu ersetzen. Versuchst du es immer wieder? Ich versuche es immer wieder. Ich versuche es tatsächlich jedes Jahr eigentlich aufs Neue. Aber jetzt auch mit iPadOS schon drauf? Jetzt mit iPadOS, genau. Ich habe die Beta von iPadOS, weil das ja der große Sprung war. Also das neue, noch aktuelle iPad Pro mit 11 Zoll, was ich nutze, das ist natürlich hardware-technisch nochmal ein großer Schritt gewesen. Aber es hat ja nichts an der Software geändert. Die Software, die da drauf lief, hatte ich mit dem 10,5 Zoll iPad Pro, wo ich das erste Mal diesen Test gemacht habe, die hatte ich da ja auch schon drauf. Das heißt, einfach immer nur eine Hardware nachzuwerfen, hat Apple nicht nähergebracht an den Schritt, das iPad professionell als wirklichen Ersatz zum MacBook zu liefern, weil die Hardware war noch nie das Problem. Das Tablet ist hoffnungslos übermotorisiert, wenn wir ehrlich sind. Das war es davor schon und das ist es jetzt immer noch. Das Problem ist die Software. Und mit iPadOS versucht man viele Dinge, die ein professionelles Desktop-Betriebssystem hat und die zum Beispiel durch eine Mausbedienung einfach zu regeln sind, wie zum Beispiel eine rechte Maustaste. Versucht man jetzt mit Gesten wieder nachzuliefern, damit es ein professionelles Betriebssystem wird. Verstehe ich. Und das ist so ein bisschen etwas, was ich finde nur so halb funktioniert. Man kann mit iPadOS inzwischen eigentlich alles machen, was man mit dem Mac auch kann. Natürlich gibt es Ausnahmen. Ich würde damit immer noch keine Software entwickeln wollen und so weiter und so fort. Kein wirklich echtes Multitasking. Genau. Es geht alles, aber es braucht alles immer noch länger und es hapert nicht an der Hardware. Es hapert auch nur zum Teil an der Software. Es hapert in erster Linie an der Bedienung, dass alles länger braucht. Und das ist der Grund, warum ich im Moment auch heute immer noch sagen würde, wenn ich professionelles Gerät zum Arbeiten brauche, muss ich im Moment immer noch zum Mac greifen. Weil ich schneller bin. Ich glaube auch nicht. Ich weiß nicht, als das iPad eingeführt wurde, habt ihr da nicht auch alle geglaubt, dass es sich ähnlich wie das Smartphone, dass sich das Tablet tiefer in die Benutzerstrukturen irgendwie eingraben würde? Ja, wir haben alle Star Trek und der OEC 2001 im Weltall gesehen, wo die nur mit solchen Dingern rumrannten und wir haben alle gesagt, das ist es, jetzt kommt es. Eine ehemalige Chefredakteurin von uns hatte damals in einem Editorial geschrieben, sie kann vorhersehen, dass man nicht mehr drumherum kommen wird, ohne iPad zu sein. Das hat sich nicht eingestellt, weil, wenn wir jetzt mal alle ehrlich sind, es fehlt in meinen Augen die Killer-Applikation. Es fehlt die Applikation, wo ich sage, dafür brauche ich aber das Tablet, das kann das Tablet am besten. Es ging mal so in Richtung, ich kann mich erinnern, Flipboard, vielleicht erinnert ihr euch noch. Es ging mal so die Richtung, dann wurde immer wieder gesagt, nachdem Steve Jobs die Musikwelt mit iTunes gerettet hat, rettet er jetzt auch den Zeitschriftenmarkt, weil in Zukunft wird es kein Papier mehr geben, sondern alles wird auf dem iPad stattfinden. Das hat auch nicht stattgefunden. Im Gegenteil, also wir können sagen, ohne hier groß aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir haben damals sofort bei unseren Publikationen iPad-Versionen entwickelt und auch angeboten. Die Verkäufe waren nicht im Mindesten vergleichbar mit den Print-Ausgaben. Und ich glaube, das ist bis heute so geblieben. Es gibt keine Anwendung, von der ich sagen kann, das kann das Tablet, aber wie keine andere Plattform. Ich weiß nicht, ich glaube, der große Vorteil vom iPad ist, dass es kein Laptop ist. Also die Killer-Anwendung ist gar keine App, sondern das Gerät an sich. Also ich habe das auch, seit ich die ersten iPads nicht, die haben mich technisch interessiert, aber nur so relativ kalt gelassen, weil die zu lahm waren. Aber so seit dem iPad Air, würde ich sagen, und vor allem auch seit ich das aktuelle Pro habe, ich fasse zu Hause mein Mac nicht mehr an. Ich sitze nie. Also ich arbeite zu Hause mit Inkopie oder sowas, weil das ja auf dem iPad nicht läuft. Aber sonst möchte ich wirklich nahezu ausschließen, dass ich zu Hause, vor allem im Privaten, noch ein Mac benutze. Ich mache alles am iPad, weil es einfacher ist. Das liegt ohnehin da, das muss ich nicht erst noch holen. Das liegt ohnehin auf meinem Couchtisch. Abends lese ich da auch drauf, das heißt, es liegt auch neben dem Bett. Und ich finde, ich kann da alles, was ich so, so Gelegenheitstätigkeiten mal gucken, wie das Wetter morgen wird. Irgendwie Nachrichten lesen, eine Mail schreiben, Fotos angucken, Album erstellen, irgendwie sowas. Das kann ich auf dem iPad alles einfacher und entspannter, als ich auf dem Mac je konnte. Das glaube ich nicht. Warum kannst du es einfacher? Das verstehe ich nicht. Ich finde es total entspannt, einfach so eine Scheibe Glas vor sich zu haben, mit dem Finger darauf Dinge tun zu können und das passiert einfach alles. Also ich sehe nicht, warum es einfacher ist, eine E-Mail zu schreiben. Weil das Gerät da ist. Und wenn ich den Mac aufmache, habe ich automatisch diese 35 Anwendungen, die mir da entgegenspringen und überall blinkt. Gut, das ist deine Präferenz in dem Moment, vielleicht, weil du auch sonst den ganzen Tag am Mac sitzt. Aber trotzdem bleibe ich bei meiner These, es gibt keine Killer-Applikation. Aber ich komme auch nicht auf die Idee. Es gibt keine Killer-Anwendungen. Wenn ich dir jetzt, das ist lustig, wenn ich dir privat eine Mail schreiben würde, das ist auf mehreren Ebenen lustig. Brieffreundschaft. Ja, genau. Ich würde mich, doch ja, überhaupt nicht, ich würde mir das iPad setzen. Und die Daten haben mich am Mac. Ich habe, mir geht es ein bisschen ähnlich wie dir, Sebastian. Ich habe auch das iPad zu Hause als einziges Gerät tatsächlich. Für mich sind das zwei Dinge. Zum einen ist der Mac für mich auch Arbeit. Also es ist ein Arbeitsgerät, es ist ja auch von der Arbeit gestellt und da sind auch Arbeits-E-Mail-Accounts und alles drauf. Und für mich ist das auch eine Kopfsache, den zuzuklappen und dann ist das Thema Arbeit für den Tag durch. Was natürlich nur halb stimmt, weil ich zum Beispiel Slack auch auf dem iPad habe. Das heißt, so eine Slack-Nachricht an mich beantworte ich dann auch mal außerhalb der Arbeitszeit und so. Deswegen stimmt das auch nur so halb. Aber sobald es irgendwie daran geht, zum Beispiel irgendeinen Seitenplan mit irgendwas zu füllen, setze ich mich sofort wieder an den Mac, weil ich weiß, ich bin damit schneller als irgendwie mit dem iPad. Für mich ist das iPad zum einen Unterhaltungsgerät, Netflix, Surfen, solche Dinge. Ich käme auch nie auf die Idee, eine E-Mail damit wirklich zu schreiben. Wobei für mich E-Mail halt tatsächlich auch hauptsächlich Arbeit ist. Ich schreibe privat so gut wie keine E-Mails mehr. Und ich nutze es als Notizbuch wegen dem Apple Pencil. Du wirst ja eins, den ich tatsächlich kenne. Da gebührt dir meine Anerkennung. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so viel mit diesem Pencil arbeitet. Ich hatte immer ein Papiernotizbuch. Eigentlich schon immer, seit ich denken kann. Früher war es teilweise irgendwelche Schulheftchen, wo irgendwelche Sachen drin gelandet sind oder so. Aber ich brauche irgendwas, um Sachen auszulagern. Und das habe ich früher schriftlich gemacht. Ich habe eine Zeit lang versucht, das mit dem Smartphone in einer Notiz-App oder so. Das kann ich nicht. Das gefällt mir irgendwie nicht. Und seit es das iPad mit dem Apple Pencil gibt, hat das meine Papiernotizbücher völlig ersetzt. Und GoodNotes. GoodNotes hat Version 4. GoodNotes ist die App, die ich auch jahrelang gesucht habe. Das ist die App, mit der ich meine ganzen Notizen mache. Die all das kann, was ich tatsächlich brauche. Die hat nochmal den entscheidenden letzten Schritt gemacht, dass auch tatsächlich mein letztes Papiernotizbuch ins Altpapier gewandert ist. Trotzdem, E-Mail schreiben, Nachrichten schreiben im Messenger oder was weiß ich wo. Nachrichten schreiben, sofern sie kurz sind, benutze ich das Smartphone. Wenn ich merke, es wird eine längere Diskussion, dann packe ich schon irgendwie ein Laptop aus. Weil ich irgendwie keinen Bock habe. Ich muss sagen, ich bin nie richtig gut geworden auf einer Bildschirmtastatur. So wie einige, die ich so in Zügen und so sehe. So, und dann greife ich schon wieder zu einer vernünftigen Tastatur, die ich erst bei einem Tablet ranflanschen müsste. So, ich kann auch sehen, dass das Tablet, ich habe ja auch ein iPad, okay ist. Ich lese da drauf gerne. Deshalb finde ich die Ränder übrigens auch sehr gut. Ich möchte nicht, dass diese Ränder abgeschafft werden, weil sonst kann ich es nicht mehr wie ein Buch anfassen. Ich glaube, das ist auch der Hintergedanke. Ich lese darauf gerne. Ich lese auch ganz gerne Zeitschriften, seit es Readly gibt. Aber würde jetzt jemand über Nacht kommen und sagen, hey, ich raub dich jetzt aus, aber ich bin ein netter Kerl. Was von deiner ganzen Hardware möchtest du behalten? Und was darf ich mitnehmen? Nimm das iPad in die Hand. Würde ich sofort sagen, ach, nimm das Tablet mit. Und würde ich es hier nicht gestellt bekommen, würde ich mir auch kein neues kaufen. Ich würde kein Geld in dein iPad investieren, weil ich kann drauf verzichten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann wirklich drauf verzichten. Ja. Und deshalb gibt es ja eigentlich auch nur einen Markt für das iPad. Klar, es gibt noch ein Galaxy Tab. Google ist aber ausgestiegen, weil sie auch irgendwo sehr wahrscheinlich gesagt haben, ach, was soll es denn? Und man sieht auch keine anderen Geräte. Also ohne Spaß, in der freien Wildbahn, man sieht keine Tablets, die nicht iPads sind. Wobei Samsung ja einen anderen Weg geht. Also mit dem Galaxy Tab S6, da ist ja diese Dex, Samsung Dex-Oberfläche mit dabei. Das heißt, es ist im Modus ein ganz normales Tablet tatsächlich, auch Android-Tablet, so wie ich das verstanden habe. Und sobald du das an den Bildschirm anschließt, wird das zu einem Desktop-Gerät mit Maus-Support und allem. Und dieses Folio-Case hat auch gleich schon ein Trackpad mit dabei. Ich kann mir vorstellen, dass damit, und ich hatte leider noch keins in der Hand, wir versuchen irgendwie auch mal als Testgerät hier aufzutreiben, ich kann mir vorstellen, dass damit das professionelle Arbeiten wieder eher möglich ist. Das dürfen wir nicht vergessen, dass es in der Windows- und auch in der Chromebook-Welt diese Convertibles gibt. Genau, ja. Was einfach auf dem Apple-Markt nie stattgefunden hat und wohl auch nicht stattfinden wird. Und insofern, das darf man nicht ganz vergessen, dass die Dinger, die gibt es auch. Und die sind auch unterwegs. Und davon werden höchstens noch mehr kommen als weniger. Mit Convertible meinst du die Dinger, wo ich den Bildschirm immer hinten rum quasi klappe und dann Tablet in der Hand habe? Ja, oder so eine Surface-Geschichten. Für mich ist das, das ist auch das Argument, weswegen ich bei kurz zuckte oder beim Schreiben gerade warst, das ist das iPad für mich, weil ich habe diese Apple-Hülle, wo die Tastatur mit drin ist, das ist da immer drin. Das iPhone hat nie eine Hülle bei mir, das iPad immer, weil es einfach gefühlt so ein Quadratmeter Glas ist, den ich immer rum trage. Das hat immer eine Hülle drum. Das heißt, ich habe die Tastatur auch immer dran. Und wenn ich das iPad einfach nur hinstelle vor mich, habe ich die Tastatur da. Die muss ich halt nicht erst dran pflanschen oder so. Aber sei nicht böse, indem ich es nicht mehr als Tablet primär war, dann würde ich sagen, du hast ein Convertible, den du dir so zurecht gebaut hast. Ja, vor allem ist das eine echte Preisfrage. Also für das große iPad 200, über 200 Euro das Case. Dazu weiß Herr Molz aber was. Genau, ich wollte sowieso Herrn Molz mal fragen, du bist ja auch iPad-Nutzer. Wie ist es denn bei dir, iPad, im Verhältnis zu deinem MacBook? Wofür setzt du welches Gerät ein? Der Luxus im iPad ist für mich so ein bisschen die Reduktion und die Möglichkeit, dass Multitasking immer noch so ein bisschen eher umständlich zu handhaben ist. Heißt, wenn ich Dinge erledigen muss, wo ich echt einen Fokus haben muss, greife ich tatsächlich lieber zum iPad. Das heißt, wenn ich Artikel schreibe oder sowas, kann ich Dinge einfach ausblenden und lasse ich den Mac in der Ecke stehen, schnappe mir das iPad und bin damit ganz glücklich. Eben weil es sich doch ein bisschen dann aufs Wesentliche beschränkt. Aber wenn ich will, doch auch andere Möglichkeiten habe, eben doch nochmal auch eine zweite App öffnen zu können oder bei der Recherche links den Texteditor, rechts irgendwie ein Browserfenster oder sowas, was ja mittlerweile ganz, ganz prima funktioniert, wenn man sich die Gesten drauf tut, die man dann natürlich lernen muss. Aber ich würde auch sagen, es ist natürlich schon so eine Art Luxus in der Situation, in der ich bin, weil ich ohnehin viel am Mac arbeite. Ich könnte auch alles am Mac erledigen. Wäre aber bewusst durchaus dann auch die, mal die Reduktion zu sagen, nee, nee, ich nehme jetzt nur das iPad und kriege Dinge dann auch tatsächlich schneller und gefühlt auch besser erledigt, als wenn ich das am Mac machen würde. Wenn ich jetzt aber vor der Wahl stehen würde, Mac oder iPad, wäre die Entscheidung klar, weil bestimmte Dinge, auch da, das ist gar nicht so wahnsinnig viel aus dem Nähkästchen geplaudert, wenn man am CMS hinter maclife.de arbeitet, hast du mit dem iPad zumindest aktuell noch verloren. Verloren? Du kannst doch gar nichts damit anfangen, glaube ich. Ja, doch, man kann so ein bisschen, aber es tut dann wirklich weh. Genau, da wäre dann halt der Griff ganz klar der zum Mac. Ansonsten denke ich, dass wir halt vielleicht gar nicht so die Zielgruppe sind, die jetzt hier die großen iPad-Nutzer sind, sondern dass sich das Gerät ohnehin eher an Menschen richtet, die vielleicht gar keinen Computer haben wollen. Also wird ja immer gerne mal gesagt, so die Generation, die mal noch eine Nummer weiter ist als wir oder noch eine, die hat gar keinen Bock darauf, sich da irgendwie einen Computer hinzustellen und sich irgendwie mit Dingen beschäftigen zu müssen, außer dem Ein- und Ausschalten. Selbst das musst du beim iPad ja eigentlich nicht. Das Ding nimmst du in die Hand und allein dadurch, dass es ein Touchscreen hat, bedient es sich eigentlich schon nach fünf Minuten Erklärung total easy und intuitiv. Und all das, was wir als, ich sag mal, Profis irgendwie an Funktionalität vermissen, kommt bei vielen anderen Anwendern gar nicht erst als Wunsch auf oder als potenzieller Mangel, weil es das Gerät nicht kann. oder die sind zufrieden mit dem Feature-Set, das das iPad so bietet. Wie auch Sebastian schon sagte, wenn man es irgendwie einfach da liegen hat, mal eben Fotos gucken, vielleicht eine kurze E-Mail schreiben, vielleicht auch irgendwie, was weiß ich, zum Netflixen oder Zeitschriften lesen, das geht ja alles ganz prima darauf. Und warum braucht man dafür einen Mac? Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das iPad eine tolle Sache ist, dass man damit viele schöne Sachen machen kann. Aber ich sehe es, ich hätte erwartet, dass es sich, dass es sich tiefer irgendwie eingräbt, der Tablet-PC an sich, dass er viel mehr den Laptop verdrängen wird. Das hat so in der Form jedenfalls nicht stattgefunden. Bei keinem Hersteller, um ehrlich zu sein. Nein, bei keinem. Also es gibt natürlich die Surface-Geräte mit Windows drauf. Und Windows 10 ist ja auch ganz klar ausgelegt auf beide Versionen, also Desktop mit Maus und Tastatur und Touch. Du kannst das ja wirklich inzwischen auch gut mit beiden bedienen. Das war am Anfang ja auch noch ein relativer Kampf, Windows 10 und Touch zu bedienen. Ich hätte gerne manchmal Dinge an die Wand geworfen. Und das hat sich trotzdem nie so durchgesetzt. Also dieser klassische Rechner mit Monitor, Maus und Tastatur ist glaube ich immer noch in 90 Prozent. Und sei es in Laptop-Form oder in Desktop-Form vertreten. Und ich glaube, den Zahn müssen wir noch mal ziehen, wenn man jetzt sagt, ja, aber das iPadOS, wenn jetzt der eine oder andere Hörer gerade die Wende gerade hoch und runter läuft und sagt, das iPadOS, das kann doch jetzt Maus. Nicht wirklich. Ja, es ist eine Bedienungshilfe. Das heißt, es ist auch kein wirklicher Mauszeiger, sondern es ist so ein großes, rundes Zielscheiben-Ding, wenn du das aktivierst. Und es ist ganz klar so, dass das für Leute, die Touch-Bedienung nicht machen können, sondern zum Beispiel auf so Eingabegeräte angewiesen sind, die irgendwo angebracht sind, für die ist das da, um den Finger zu ersetzen auf dem iPad. Es ist keinerlei Maus-Funktionalität in dem Sinne. Du kannst zum Beispiel nicht wirklich scrollen. Es gibt keine rechte Maustaste. Also man kann zwar Sachen definieren und so, aber es ist nicht vom Betriebssystem vorgesehen, dass du das damit wirklich bedienst. Und ich glaube, das will Apple dann auch nicht. Das will Apple nicht. So funktioniert Apple nicht. Apple würde dann von Anfang an eine vernünftige Maus-Unterstützung einbauen, wenn sie es denn wollten. Genau. So würde Google funktionieren. Die würden irgendwie was raushauen, mal sehen, wie es läuft. Und wenn es nicht läuft, dann kassieren wir es eben wieder ein. Aber Apple funktioniert anders. Bei Google ist auch der Gradmesser immer, wenn ich was mag, stellen sie es ein. Ja, das ist auch ein Gradmesser. Alarm, Alarm, Herr Schapp, Markus, schnell weg damit. Kann ja nichts sein. Ich fand, Orkut war das bessere Facebook. Wave war das bessere Mail. Ich fand Inbox wirklich toll als E-Mail. Inbox war, ja, fand ich auch. Fand ich wirklich, wirklich toll. Und das war das Einzige, wo ich Google wirklich böse war. Wobei sie von Anfang an gesagt haben, ja, das ist eine Experimentierwerkstatt für Gmail. Weil sie haben es nie anders kommuniziert. Den Reader fand ich geil. Also den RSS-Reader. Also RSS war mir immer zu. Zu Freaking, zu Technik. Zum einen war der im Web schon ziemlich gut, aber war halt auch, du konntest den ja synchronisieren. Also mit Apps. Ja. Das war wirklich cool. Alles, was ich hier an Google, die Suche, die gibt es immer noch. Ja, doch. Es ist mit Abstand die Beste, aber ich mag sie nicht. So. Das ist das ganze Werbemister für das alles nicht. Ich würde da lieber Geld für bezahlen. Ich hätte nicht für die ganze Zeit. Es müsste viel mehr Abo- und Bezahldienste geben. Oh, da drehen jetzt auch wieder einige durch. Aber mir wäre durch, aber es ist ein richtig gut kuratiertes, werbefreies Google.de, durchaus so zwei, drei Euro im Monat wert. Ja. Also ich kann, ohne kann ich ja gar nicht arbeiten. Also ich kann, ohne Google kann ich nichts, was ich tue mit einem Computer, macht ohne die Google-Suche noch wirklich Sinn. Also man ist so relativ zügig aufgeschmissen, wenn man nicht die Google-Suche benutzen kann. Eben auch im Alltag, ja. Ich würde da eher zehn Euro für zahlen, als auch auf Apple TV Plus. Das ist schon das nächste Thema. Wir können das übernächste Thema sein. Ich weiß nicht, ja. Wir merken uns diese Überleitung. Ich schneide das in die richtige Stelle nachher. Genau, schneid es an die richtige Stelle. Ich versuche eine andere Überleitung. Das Tablet hat sich nie als das neue Computer-Device durchgesetzt. Und eine andere Geschichte hat sich auch immer noch nicht so durchgesetzt, wie viele das erwartet hätten, nämlich die Sprachassistenten. Und Alec, ja, ich weiß, sie holpert ein bisschen. Ich versuche es. Da weiß ich auch nicht, ob das so ist. Ja, okay. Als die rauskamen, haben viele gesagt, ja, in 20 Jahren gibt es gar keine Betriebssysteme mehr mit grafischer Oberfläche. Wir reden nur noch mit unserem System. Aber das war auch nicht vor 20 Jahren, als sie rausgekommen sind, oder? Nein, in 20 Jahren, sagt ich. Okay, nein. Ich glaube aber auch trotzdem nicht, dass wir in zehn Jahren nur noch mit unseren Assistenten sprechen. Siri ist dann auch schon 2012, 11. Wir haben jetzt schon fast zehn Jahre. Aber Siri ist auch der schlechteste Beispiel. Nein, nein, nein. Bixby ist noch schlechter. Ich möchte noch mal zur Ehrenrettung von Siri. Sie ist nicht die schlechteste. Es gibt immer noch Samsung Bixby. Gibt es Cortana noch? Nee, ne? Doch. Ja? Ja, Cortana ist noch. Ich dachte, das haben wir aufgegeben. Okay. Nee, Cortana ist noch da und wird übrigens auch von menschlichen Mitarbeitern transkribiert. Und Amazon Alexa, da wollte ich eilig hinaus. Die Lautsprecher mit Alexa-Anbindungen, egal welche es sind, sei es Dritthersteller oder sei es von Amazon, können jetzt auch mit Apple Music gekoppelt werden. So, seit drei, vier Tagen erst. Ich habe es bei meinem kleinen Echo Dot direkt mal ausprobiert. Funktioniert erstaunlich gut. In Amerika ist es ja, glaube ich, seit einem Jahr fast verfügbar. Da war es am Anfang so, dass Alexa Verständigungsschwierigkeiten hat. Sie hat selten verstanden, was für Musik man hören möchte und hat dann irgendwas gespielt. Diese Startschwierigkeiten gibt es in Deutschland bisher zumindest so bei mir nicht. Ich kann meine Playlisten aufrufen, ich kann einzelne Interpreten aufrufen, einzelne Songs. Ich kann auch fragen, was für Musik da gerade läuft. Das ist alles gar kein Problem. Ich hätte eine Frage. Ja. Und zwar, weil ich bin mit einem Sprachassistenten hindreichend ignorant, weil ich das, ich finde es scheiße, ich will das alles nicht. Ich will diese Mikrofonierung nicht haben und ich finde auch die Interaktion damit, finde ich, ich finde mich lächerlich, wenn ich allein in meinem Zimmer sitze und mit so einem Gerät spreche, ich will das alles nicht. Das Einzige, was ich nutze, ist, dass ich Siri im Auto und sonst auch nirgends. Ist das bei Amazon immer noch so, dass ich dann sagen muss, Alexa, nutze Apple Music, um Thriller von Michael Jackson zu spielen oder macht es das einfach? Kann ich sagen, Apple Music ist ja mein Musikplayer und gib ihm. Ich glaube, ich habe tatsächlich bisher immer so gestartet, dass ich gesagt habe, Alexa, spiele Michael Jackson auf Apple Music. Okay. Aber das war doch mal so, dass man die Skills immer erst benennen musste. Nein, 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 also wenn die fest integriert sind von Amazon selber, dann geht das. Also ich bin bei Spotify und ich brauche dann nur sagen, hier steht ja keine Alexa. Deshalb kann ich es jetzt sagen, Alexa, bitte spiele XYZ. Und dann antwortet Alexa mit, ich spiele dir jetzt XYZ von Spotify. Genau. Ich kann auch sagen, spiele NDR Info. Dann weiß sie, ah, ich möchte einen Radiosender hören und sagt, sie spielt jetzt NDR Info von TuneIn. So, also das funktioniert inzwischen relativ gut, ja. Aber Apple hat kein Skill rausgebracht, das muss man dazu sagen. Ja, genau, es ist integriert wie die Spotify-Geschichte. Es ist anders bei meinem Müllkalender zum Beispiel oder bei meiner Einkaufsliste. Also das sind zwei Skills, die ich überhaupt nur noch nutze. Also wann wird mein Altpapier abgeholt, möchte ich von Alexa gerne wissen, weil bis ich das nachgeguckt habe auf dem Handy, das dauert viel länger, als wenn ich sie schnell frage. Und Einkaufsliste. Ich habe eine Einkaufslisten-App und wenn ich in der Küche, meine Alexa steht in der Küche, ich möchte sie irgendwo anders haben, wenn ich den Kühlschrank aufmache, mir fehlt Milch, dann sage ich ihr schnell, dass Milch fehlt. Und da muss ich tatsächlich sagen, öffne die Einkaufsliste und setze Milch auf meine Einkaufsliste hinzu. So, da muss ich diesen Schritt davor noch machen. Aber das ist immer noch schneller, wie gesagt, als wenn ich das Handy raushone und das da eintippe in dem Moment. Und ich habe die Hände frei, weil ich währenddessen die alte Müllpackung wegschmeiße oder so. Ja, dieses Skills-Konzept, das finde ich unmöglich, das funktioniert nicht. Das ist, glaube ich, auch existiert nur, damit man bestimmte Markennamen sagt oder so. Beim Google Assistant ist es eleganter gelöst, da musst du sowas nicht machen. Ja, gefühlt ist es auch so, dass beim Google Assistant sich immer mehr in Richtung nativ entwickelt. Also mit so Dinge rausnehmen wie diese Sprachkommandos oder weniger machen und Codewort und so Krams. Und gefühlt ist beim Echo-Lautsprecher, bei Alexa immer noch so, dass sich da relativ wenig entwickelt in diesem Bereich, finde ich, gefühlt. Dann will man das auch nicht, davon gehe ich aus. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Also ich weiß tatsächlich gerade nicht, wie die Verkaufszahlen sind. Aber Google hat halt auch den großen, die wollen die Geräte ja auch wirklich in den Markt drücken. Also es gibt ja immer wieder Aktionen, wo die gebundelt sind, kostenlos mit Lautsprechern dazu. Oder dieser kleine kostet dann mal 10 Euro oder sowas. Gibt irgendwie 1,99 im Monat für Google Drive, für eine Erweiterung des Speichers aus. Und dafür haben sie mir dann letztens diesen Google Home Mini geschenkt. Ja, so. Weil ich 1,99 im Monat beziehe. Ich mache was falsch. Also wir benutzen noch im Arbeitskontext. Das haben wir ja auch Google Drive, um hier Artikel und so weiter und so fort. Da ist mein Google Drive auch zu klein. Ich zahle auch 1,99 an Google im Monat. Und das seit bestimmt drei Jahren. Ich kriege nix. Ich bekomme auch nix. Guck mal an einen Spam. Moment, ich nutze, also ich habe ja Schacknetz, ist meine Mail-Domain, die da dran hängt. Das läuft auf Gmail tatsächlich. Aber wenn jetzt Google-Mails von Gmail in Spam aussortiert werden, dann können die auch nach Hause gehen. Wir laden nicht von abschließen. Letztes Mal das Licht aus. Also ich habe es bekommen. Vielleicht ist es auch nur für besonders ausgewählte und treue Kunden. Ich habe schon zwei Minis und habe auf das Angebot verzichtet. Oh, jetzt ja für Herrn Schack hier. Ja, hätte ich das gewusst. Genau, da hätte ich mir einen Sprachausstatt in Greteschuppen stellen können. Weil wenn ich irgendwo im Flur stehe und okay Google sage, dann geht inklusive Smartphone um mich herum irgendwie vier Google. Die Einträge für sage im Umkreis von zwei Kilometern. Wir gehen in meinem Umkreis zu Hause irgendwie vier Google Home Geräte an. Und das nervt, das reicht. Das ist das Einzige, was ich beim HomePod wirklich beeindruckend finde im Vergleich zum Google Assistant. Also ich finde den HomePod Klangqualität gar nicht schlecht. Aber wenn wir in der Redaktion fünf, sechs, sieben Apple Geräte haben und bei vier, fünf davon auch Hey Siri aktiviert ist, jetzt gehen irgendwelche Geräte wieder an, ist es so, dass nur der HomePod reagiert. Egal, ob der damit verknüpft ist oder nicht. Also das funktioniert wirklich erschreckend. Also beim Assistant antwortet auch nur ein Gerät. Ja, genau. Aber es springen halt alle an. Ach, Herr Jemini. Alles Beta-Ware, ne? Ja, also wie gesagt, wer Apple Music nutzt, kann die jetzt auch mit seinem Echo-Lautsprecher koppeln. Wie Thomas gerade schon gesagt hat, es war ein wichtiger Hinweis, nicht in den Skills suchen. Das habe ich nämlich zu Anfang gemacht. Da kommen ganz viele Skills, die Fake-Skills sind. Du musst es in der Alexa-App verbinden. Genau, in der Alexa-App muss es verbunden werden und da auch, da wo man auch Spotify verbindet, das ist der entsprechende Hinweis. Ganz genau. Ja. Zum Google Assistant haben sie noch nicht gefunden und da ist es mal irgendwie im Februar oder so aufgetaucht, aber es ließ sich nicht verbinden. Vielleicht haben die da, da war Google wohl etwas vorschnell bei irgendwelchen Verhandlungen. Aber grundsätzlich zeigt es, dass Apple, losgelöst von der eigenen Hardware, seinen Streaming-Dienst so platziert, dass es eben nicht mehr gebundelt sein muss mit einem iPhone, mit einem HomePod, den hat eh niemand oder mit irgendwas. Das, 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 die TV-App, das ist natürlich, ja, das ist ein, das gibt Hinweise, wie sie denn ihren Streaming-Dienst auch vielleicht platzieren können. Weil das bei Apple Music recht früh war, das ist ja im Juni, glaube ich, überhaupt gestartet und schon, schon im Oktober kamen dann die Android-Version raus. Auch interessant, ja. Ja, also sie sehen es nicht als exklusives Apple-Angebot an und das ist interessant, dass sie ihre Dienste, zumindest ihre Streaming-Dienste, dann ja wohl sehr weit öffnen werden. Ja, auch iCloud für Windows gibt es ja schon Ewigkeiten. Also du kannst ja deine iCloud auch mit einem Windows-Rechner verknüpfen und so. Ja, es gab ja auch lange Zeit Gerüchte, dass es eine iMessage-App für Android geben könnte. Das glaube ich immer noch nicht. Nein. Ich habe da neulich in einem Interview von gelesen, dass die Entwickler, die da im Raum mitsaßen, die an iMessage arbeiten, davon das erste Mal gehört haben, als Jobs es auf der Bühne gesagt hat. Ah, okay. Auch gut. Soviel zum Thema Kommunikation bei Apple. Was hat der mal gesagt? Ja, das sollte mal Open Source, irgendwas Open Source war da, glaube ich, sogar, dass es überall läuft. Und soweit ich weiß, ist es immer noch gescheitert, dass Apple da nicht alles selbst entwickelt hat, sondern auch nur Patente lizenziert hat teilweise und das nicht einfach überall ausspielen kann. Was Steve in dem Moment nicht wusste. Wieso? Das ist doch meins, hat er gedacht. Das kann ich mir vorstellen. Sagst du mal, dass das ja nicht ein Problem war bei Apple. Der hat das ja immer einfach gemacht. Der hat immer einen scheiß Authentic. Und jetzt auch mit diesen bisschen Broadcom-Leuten, da haben sich eine Broadcom, heißt eine Broadcom, die Funk-Modem-Leute da? Ja, 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 genau. Das ist das Broadcom. Ja, ja, ja. Die haben sich auch ein paar Millionen hingeschmissen und die Klappe halt und dann einen Tag später Intel gekauft haben, also die Sparte da von Intel gekauft haben. Und so, ja, ja, wir kaufen jetzt ja noch irgendwie zwei Jahre euren Scheiß ab und dann machen wir das alleine hier. Das war eher so der Apple-Weg. Und auch das Betriebssystem auf dem iPhone dann iOS zu nennen, obwohl… Qualcomm. Qualcomm, nicht Broadcom, Qualcomm, genau. Auch das Betriebssystem auf dem iPhone iOS zu nennen, obwohl das eine eingetragene Marke von Cisco ist. Erst mal machen und das wird man sich irgendwie einig werden hinterher. Ich glaube, diese iMessage-Geschichte ist bestimmt Steve in dem Moment auf der Bühne gekommen. Das hat er einfach rausgehauen. Kann durchaus sein. Ich recherchiere immer bis zur nächsten Episode, ob es auf der Slide drauf stand oder nicht, aber dann könnte das durchaus sein, ja. Dessen Keynotes waren ja auch noch gefühlt etwas spontaner, als sie es heute sind. Ich glaube nicht. Also ich habe immer so diesen… Ich weiß es nicht, aber ich habe im Moment so immer den Eindruck, das ist alles seit Wochen einstudiert und der Text ist aufgeschrieben und auswendig gelernt. Ich glaube, das war Schauspieler. Ja, das kannst du auch haben. Ich kriege eine Überleitung. Ja, das war die perfekte Überleitung. Denn es steht uns ja wieder eine Keynote an, an der wir gucken können, wie gut das einstudiert ist. Angeblich kommt die am 10. September. Richtig, das wollte ich gerade sagen. Letztes Jahr? Die Termine sind ja so gerüchteküchenmäßig schon durchgetaktet. Also Event am 10. Vorbestellstart, neue iPhones am 13. und Verkaufsstart dann am 20. Aber feilt doch der 13. Letztes Jahr hat Herr Schack die Theorie aufgestellt, dass Apple nicht zeitgleich mit der IFA irgendwas machen würde. Aber meinst du, Tim Cook hat schon mal was von der IFA gehört? Ich glaube nicht. Ich glaube, Tim Cook nicht, aber das Marketing- und PR-Team wird davon gehört haben. Und es wird auch kein Zufall sein, also die IFA endet am 11. So und Apple wird das nicht eine Woche weiter geschoben haben wollen. Der Satz ergibt so keinen Sinn, aber ihr wisst, was ich meine. Dann nehmen sie halt den IFA-Dienstag, um das zu machen. Weil nach wie vor ist es ja so, dass, wir werden ja auch nicht ja Tagesschau, mindestens in den Tagesthemen, finden das neue iPhone-Platz. Und so wie Apple da die Keynote macht, das alles auf die IFA war, ist völlig egal. Da berücksichtigt keiner mehr drüber. Ach Herr Schack. Ja, das ist doch so. Ach Herr Schack, das war vielleicht mal so. Guck dir doch mal, wir gucken uns das dieses Jahr mal an. Mal gucken, wie auf einschlägigen Nachrichtenportalen, Süddeutsche, Tagesschau, Spiegel Online und von mir aus auch der Stern. Da ist doch sowieso die Berichterstattung schon, wir sehen es ja auch an den Presseterminen, die Einladungen für die IFA sind inzwischen sehr, sehr viele schon vor der IFA. Ja. Und ich glaube, dass auch da der Schwerpunkt der Berichterstattung liegen wird. Also zum Ende hin, der IFA hin, wird niemand mehr über die IFA schreiben, glaube ich. Nein. Ja, aber alles andere findet ja auch nicht mehr statt danach, tatsächlich. Warum auch? Du hast ja über die neuesten Trends berichtet. Was willst du denn da noch schreiben? Wird überhaupt noch über die IFA berichtet? Ich habe keinen Fernseher, nicht mal mehr im Fernsehen. Nein, aber guck es doch bei der CES an. Das hält wochenlang nach, bis was da alles erzählt wird. Ja, stimmt. Ich glaube, die CES ist aber auch einfach größer. Also ich war noch nicht auf der CES, ich weiß es nicht. Aber gefühlt sind da auch mehr Hersteller und mehr große Hersteller und auch mehr Innovationen mit hingebracht. Ich weiß es einfach nicht. Wollen wir nächstes Jahr mal alle zu CES fliegen? Ich würde gerne, Leute. Du machst den einen, sehr gut. Und vorher zur NAMM-Show. Das ist die weltgrößte Musikmesse. Das können wir verbinden. Das ist sogar das eine in Los Angeles, das andere in Las Vegas. Das ist nicht so weit. Kann man laufen. Kann man laufen. Ich fühle halb Europa dazu. Oder wir fahren mit E-Bikes oder so. Oder wir kaufen uns da eine Schrottkiste und verkaufen sie am Ziel wieder. So ein Van, der McLeif-Van. Wie bei Scooby-Doo? Ja, genau. Ich dachte eher wie beim A-Team. Oh ja. Ein schwarzer Van mit Heckspoiler. Das machen wir. Auch die sinnlose Erfindung aller Zeiten, oder? Dieser zwei Zentimeter breite Heckspoiler an dem blöden Bus. Er hatte bestimmt irgendeinen Sinn und Zweck. Was erwarten wir denn für die Keynote? Was glauben wir denn, was kommt? Kein neues iPad. Ich glaube auch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass MacBook Pro mit 16 Zoll. Nee. Ich glaube, da wird es einfach wieder ein separates Event geben. Das war ja in den vergangenen Jahren auch so. Im Oktober wahrscheinlich oder so. Genau. Also was irgendwie Gesetzeszeit Apple ja schon erzählt. Es kommt iOS, es kommt iPadOS, es kommt WatchOS, es kommt TVOS, was in Deutschland völlig irrelevant ist. Außer, dass es ein bisschen optisch anders daherkommt. Es wird ein neues iPhone geben, gehen wir fest von aus. Ja, beziehungsweise drei Modelle. Und ich denke auch ganz fest, dass das auch der Startschuss sein wird für den Streaming-Dienst Apple TV Plus und Apple Arcade. Apple Arcade, genau. Das ist das Spiele-Abo. Ja. Man munkelt, Apple Arcade soll 5 Euro im Monat kosten und TV Plus soll 10 Euro im Monat kosten. Das finde ich sportlich. Wäre jemand hier im Raum und in Bremen bereit, für 5 Euro Arcade und für 10 Euro Apple TV Plus abzuschließen? Arcade, ja. Da denke ich, kriegt man eine Menge Spiel fürs Geld. Weil es heißt ja, man plant so mit 100 Spielen auch am Start zu sein. Also da kriegst du was. Und du bist ja monatsweise gewonnen. Also wenn du dann irgendwie nach einem Monat alles recht gespielt hast und sagst, ja, nö, jetzt mal lieber nicht mehr, dann kannst du ja irgendwie auch sagen, ne, warten wir mal ab. Bei Apple TV Plus finde ich einfach das, was uns bislang gezeigt wurde, an Masse allein, Qualität kann man ja noch nicht bewerten. Ist einfach zu wenig, um gegen Netflix oder andere Streaming-Anbieter irgendwie bestehen zu können. Also da könnte ich mir vorstellen, es gibt vielleicht mal irgendwie so die ein oder andere Serie, die man tatsächlich gerne sehen wollte. Und schließt da vielleicht auch für einen Monat irgendwie ein Abo ab. Aber das beständig nebenher laufen zu lassen für einen 10er, kann ich mir hier und jetzt noch nicht vorstellen. Ich hab da lange für mich drüber nachgedacht und bin zum Schluss gekommen, dass es bei mir ausschließlich um die Qualität geht. Also wenn, ich hab jetzt bewusst den Trailer mir nicht angeguckt, aber diese Morningshow, also diese Sendung über eine Morningshow, die sie da produzieren. Wenn das auf dem Niveau stattfindet, wie The Newsroom von Aaron Sorkin zum Beispiel oder so, dann wäre mir das alleine für den ersten Monat den 10er wert. Ich hab damals auch, weil das nicht im Streaming vorhanden war, hab ich damals auch die drei Staffeln, sind es glaube ich von The Newsroom, vielleicht spät aufgesprungen und als ich dazu kam, gab es schon drei Staffeln, die werden aber auf den Schlag gekauft. Und die haben damals 25 Euro das Stück gekostet. Für die 75 Euro, die ich dafür bezahlt habe, da habe ich schon mal eine ganze Weile Apple TV Plus von. Dadurch gucke ich auch gar nicht so viel und bin von dem, was Netflix auch hat, bin ich eher erschlagen von dem Angebot. Und hab da auch so gefühlt, ich hab da aktuell so, keine Ahnung, ich würde sagen acht, neun Serien, die ich dann da so gucke, wenn die dann so laufen. Und sonst ist es eher so ein ähnliches Gesäppel inzwischen, wie es früher im Fernsehen war. Ich gucke hier mal rein, ich gucke da mal rein. Wenn Apple die Qualität hochhält und dass Sachen natürlich auch die meinen Interessen einigermaßen treffen, dann zahle ich das. Ich fand diese Mond-Astronauten-Geschichte nicht unspannend vom Trailer her. Ich glaube auch, dass die Qualität tatsächlich nicht schlecht sein wird. Ich glaube aber, dass das kein, also Netflix bin ich bereit, seit mittlerweile Jahren monatlich meinen Beitrag zu zahlen, weil es immer so viel gibt, dass ich da gar nicht hinterherkomme. So, ich glaube, dass ich durchaus mal in Apple TV Plus reinschnuppern werde und wahrscheinlich auch zwei, drei Sendungen gucken werde. Aber die können es nicht schaffen, diese Masse an Serien zu produzieren. Und deswegen glaube ich, dass das einer dieser Streaming-Dienste wird, wo ich mal ein Abo abschließe, das dann wieder kündige und irgendwann mal wieder gleich mal reingucke. Ich glaube aber nicht, dass ich das durchgängig jeden Monat, also dass ich 120 Euro dafür im Jahr ausgeben werde. Das glaube ich nicht. Also mir geht es zumindest so. Dann wäre Apple doch vielleicht ganz gut damit beraten, einen Bundle zu schnüren. Man hat ja nicht nur einen Dienst, den man im Abo verticken will, sondern mit Apple Music und Apple Arcade auch noch weitere Angebote. Ja, ich hatte eigentlich auch schon mit Apple News eigentlich schon erwartet, dass man vielleicht irgendwann mal so ein Bundle-Ding präsentiert. Ich glaube aber ehrlich gesagt, glaube ich nicht dran. Mein Plan ist auch immer noch, dass sie einfach den iTunes-Store aufmachen dann. Da soll ich mal irgendwie 50 von mir, 60 Dollar im Monat von mir nehmen. Und dann habe ich alles, was an Musik und an Filmen und an Serien überhaupt produziert wird da drin. Auch das wird recht. Ich glaube, die Idee ist nicht schlecht und wahrscheinlich würde Apple auch das machen. Aber ich glaube, die rechte Inhalte mit den rechten Inhabern, siehe allein jetzt die Streitigkeiten schon wieder um Spider-Man. Da geht es jetzt gerade wieder darum, ob der jetzt aus dem Marvel-Universum ausgelöst wird. Und dann stirbt Onkel Ben schon zum vierten Mal, wenn er wieder neu aufgelegt wird. Und ich meine, es liefen jetzt ja auch schon drei Filme, glaube ich. Es wäre immer wieder Zeit für einen neuen Spider-Man-Darsteller. Wie bei Bond. Genau, wie bei Bond. Und Bond fängt ja auch immer wieder von vorne an, gefühlt. Da wird es, glaube ich, schwierig, alle rechte Inhalte, alle rechte Inhaber dazu zu kriegen, das so zu lösen. Ja, ich hätte es trotzdem gerne. Ich würde es auch machen, sofort. Also. Will ich wieder mehr Filme gucken? Ja, weil es wäre aber auch dann, glaube ich, noch mehr der Tod vom Kino, glaube ich. Wenn du weißt, du hast so drei Monate nach Kinostart den aktuellen Film schon wieder jetzt auch direkt kostenlos bei dir mit. Also kostenlos nicht, aber in deiner Flat mit drin. Ich glaube sowieso, dass das Kino sich größere Sorgen machen muss um die ganzen Streaming-Dienste. Also das Fernsehen an sich. Das Fernsehen ist kulturell ganz anders verwurzelt in Deutschland und auch in den USA. Ich glaube, der Kinomarkt, warum gehe ich denn noch ins Kino? Ich bin, ja, es ist ein gewisses Gemeinschaftserlebnis, das mich vielleicht da noch hinzieht. Und ansonsten Streaming-Anbieter wie Netflix und Amazon produzieren auf Kino-Niveau. Ja, definitiv. Und das serienweit. Ich bin potenziell genervt eigentlich von der Verwendung von Smartphones in Kinos, was völlig normal ist, das dauernd neben mir, vor mir, hinter mir irgendwie ein Smartphone-Display angeht. Ich bin den ganzen Nacho-Popcorn-Cola-Kram genervt. Und Multiplex ist ähnlich, es ist total günstig. Ich gebe für einen Kinobesuch so viel aus, wie für einen Monat Netflix. Aber es ist günstig dabei. Ich bin grundsätzlich romantisch zum Kino hingezogen, da soll aber bis auf das Angebot der Programmkino sowieso nur fast nur Blockbuster laufen, die mich nicht interessieren. Also ich finde immer weniger Gründe fürs Kino und ich habe nur einen Streaming-Anbieter, muss ich dazu sagen, das ist Netflix. Ich hin und wieder, wenn ich was bei Amazon bestelle, drückt mir Amazon mal wieder 30 Tage gratis aufs Auge, die ich dann auch gerne annehme und mir dann in meinem Kalender sofort eine Notiz mache, wann ich das dann kündigen muss. Könnte ich auch sofort, wenn ich da gerade drüber nachdenke, ist egal. Nur mir ist das zu viel Stress. Also für mich stellt sich auch nicht die Frage, ich habe da keinen Bock drauf, andere Streaming-Dienste noch anzugucken. Ich nutze nicht mal meine, was kostet Netflix jetzt, 11 Euro, 12 Euro? Die Standardversion kostet, glaube ich, 11,99. Nicht mal die nutze ich aus, wenn ich ehrlich bin. Also ich gucke, vielleicht, wenn es hochkommt, fünfmal im Monat irgendwas auf Netflix. Ich werde mich nicht hinsetzen und ein zusätzliches Angebot mich auch nur damit beschäftigen, das nervt mich schon. Ich möchte gerne eine App haben, die alles kann, wo ich einen Zehner im Monat lasse. Und das dann irgendwie so abgerechnet wird, ähnlich wie bei einem journalistischen Angebot im Web, wo gesagt wird, hey, du hast jetzt deine Mindestanzahl an Filmen in den verschiedenen Streaming-Diensten, meinetwegen 20 Filme oder Serien oder was weiß ich, aufgebraucht. Wenn du jetzt noch mehr gucken willst, dann musst du irgendwie nochmal was auf fünf Euro drauflegen oder was weiß ich. Aber mich dauernd umzuschauen wie früher in irgendwelchen Hör zu und TV hören und sehen, am besten in Programmzeitschriften und so weiter, wo was läuft und was mich interessieren könnte, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Also insofern stellt sich die Frage für mich sowieso nicht. Es ist mir völlig schnurzpip egal, was Apple da an Streaming-Service vorstellt. Aber Musik-Streaming finde ich toll, da benutze ich, das benutze ich sehr viel. Ja, Musik-Streaming, tatsächlich, also ich habe gerade überlegt, wie oft ich Netflix gucke, aber tatsächlich schon so fünfmal die Woche. Also ich nutze wahrscheinlich die F90 doch. Es gibt ja auch sonst nichts. Nee, also ich muss gestehen, dass ich, also ich habe einen Mini-Fernseher, so und der ist auch noch mit. Das iPad. Nee, es ist ein bisschen größer als das, aber nicht viel, aber ein bisschen, ne, es ist nicht viel mehr größer. Und der ist auch noch mit analogen, guten alten Fernsehen ausgestattet und da gucke ich manchmal auch rein. Das ist allerdings tatsächlich ein nicht gezieltes Anschalten, sondern das ist ein Kopf ausschalten. So, das ist die Geschichte. Ich gucke aber jetzt wirklich Serien oder sowas. Es gibt ja Leute, die sich jeden Sonntag den Tator angucken und so. Das mache ich überhaupt nicht. Das mache ich tatsächlich und dann benutze ich diesen freien Streaming-Dienst, wie heißt der? Join? Join, ja. Der gar nicht so übel ist. Nee. Kleine Empfehlung. Ich hätte da auch erst gedacht, das wird nichts, aber das ist tatsächlich. Das ist gut, ist gut geordnet. Das umfasst fast so ein bisschen das, was ich da angesprochen habe. Da sind irgendwie, was weiß ich, 30 Sender drin oder so. Ich müsste lügen. So, und du kannst Live-TV gucken, du kannst Mediatheken anzapfen, funktioniert ganz gut. Apples TV-App ist ja auch ähnlich aufgebaut. Ich glaube, dieselbe Idee, die wir da eben formuliert haben, dass du so ein bisschen so eine Oberfläche für verschiedene Anbieter hast. Ich glaube, Amazon Prime ist auch eingebunden. Ja. Insofern ist das ja schon sehr stark in die Richtung. Die müssen sich ja endlich mal auf Netflix einigen. Ob das passieren wird? Ich fürchte nicht. Bei Netflix ist es so groß. Aber ohne ist diese TV-App für mich nur bedingt sinnvoll. Ja, es müssten wirklich alle drin sein in dieser TV-App. Weil, was bringt es, wenn ich da einen Film suche und sehe, der ist in Amazon oder ich sehe eben, der ist nicht auf Amazon. Ich müsste ihn kaufen vielleicht. Aber in Wirklichkeit ist der auch noch auf Netflix dann doch noch mit in meinem Streaming drin. Das ist ja irgendwie sinnfrei. Da müsste man gucken, wer da einen längeren Atem hat. Was passiert, wenn Apple sagt, okay, Apps auf dem Apple-TV, die hier so Streaming machen, sind in Apple in der TV-App mit drin. Und wenn nicht, dann macht die halt keine App mehr. Und dann fände ich es spannend, weil natürlich braucht Apple Netflix, um Apple-TV-Geräte zu verkaufen. Weil, was zur Hölle soll ich mit so einem TV-Setup-Box-Dingsi-Bumsi, was Netflix nicht kann? Ich glaube, auf der anderen Seite auch nicht, dass Netflix auf die Einnahmen verzichten kann von Leuten, die Apple-Geräte haben. Da dreht sich das ganze Ding wieder ins Kreis, ähnlich wie bei Spotify seinerzeit. Da gibt es wieder offene Briefe, die man sich gegenseitig schreibt. Ja, und da würde ich dann doch sagen, das ist eine ausnutzende Monopolstellung. Ich würde es gerne sehen. Guck, wer da, wer da, ja, ich würde gerne sehen, wer da die größere Macht hat an der Stelle. Wer eher auf den anderen verzichten kann. Ach, ich habe ja dieses, dieses Wettbewerbs-Gen nicht so, ne? Ich habe dieses Popcorn-Gen, ich würde es gerne sehen, was da passiert. Der Schack ist ein Kapitalist. Mit Popcorn. Ja. Gibt es denn irgendwas, was ist auf der Keynote? Also, wir wissen ja auch über die iPhones schon wieder relativ viel. Was wissen wir denn? Ja, wir wissen zum Beispiel, dass sie wahrscheinlich einen sehr großen Kamerabuckel kriegen werden, den sehr viele von unseren Leserinnen und Lesern auch als sehr hässlich schon empfinden. Das gibt es auch immer mehr wieder als Feedback, wenn die irgendwo auftauchen, als Dummies oder so. So, dass das, äh, was ist das denn? Und es soll wohl ein Weitwinkelobjektiv sein. Und man arbeitet wohl auch so wie das Google Pixel in Richtung von Nachtaufnahmen. Das weiß man aber nicht genau, weil Software-seitig hat man noch nicht viel gesehen. Und sonst wird das Design komischerweise gar nicht wirklich geändert. Also, von vorne kannst du das nicht unterscheiden vom iPhone XS und vom iPhone X. Wobei jetzt eigentlich mal ein größerer Designsprung dran gewesen wäre. Weil ja nach der S-Reihe jetzt ein neuerer Sprung eigentlich kommen müsste. Naja, beim iPhone 6 war es ja auch. iPhone 6, 6S, 7. Stimmt. 8. 8. Ja gut, das 8 kam ja mit dem 10 raus, oder? Ja, genau. Aber es sieht immer noch gleich aus. Es sieht auch immer noch genau aus. Ja, da haben sie auch vier Generationen. Aber zumindest den Wechsel im Design. Vom 10er, ja. Wobei auch da... Da waren das, der Rhythmus, jetzt drei Jahre wahrscheinlich. Deswegen sehen wir dieses Jahr halt eben auch nochmal ein im Grund liegen, ein unverändertes Äußeres. Ich sehe ja auch nicht so den krassen Designwechsel vom 8er zum 10er. Also ja, das hat oben diese Displaykerbe und unten fehlt der Homebutton. Aber das Gerätedesign ist doch genau gleich. Ja. Also viel getan hat sich dann nicht. Das Material hat sich geändert. Was ich möchte, und ich glaube, das ist das, wo wir schon über sprachen, wo Kasper auch Fan von war. Ich möchte ein iPhone haben in dem Gerätedesign von den aktuellen iPad Pros. Ja. Wieder eckig. Naja, also mit so ab... Genau. Keine Rundung an den Seiten, sondern... Wie das iPhone 5. Genau. Ja. Und das iPhone 5S und das iPhone SE. Genau. Das, ja. Aber dass Apple die Designs das irgendwie so ausfährt, ich bin da auch... Ich bin da nicht hinterhergerissen, weil ich finde es ja nicht schlecht. Und es langweilt auch mich auch nicht wirklich. Ich habe da eher so, dass es eher so die... Gott, Sorge ist das falsche Wort. Aber ich glaube, Apple verliert da so ein bisschen... Verliert da was am Markt irgendwie. Ja, aber die werden schon ganz genau wissen, was sie tun. Vermutlich ist es einfach ein neues Design. Bedeutet einfach nochmal deutlich mehr Aufmerksamkeit. Auf ein neues Produkt. Und wenn man aber weiß, man kann jetzt irgendwie das Vorhandene noch ein Jahr retten. Warum sollte man dann irgendwie unnötig Pulver verschießen? Da würde ich auch nochmal irgendwie zwölf Monate warten. Und dann ein bisschen mehr Werbel veranstalten. Und sagen ja jetzt hier bei der Einführung des übernächsten Modells. Wobei Smartphone-Design ja auch relativ fix ist, oder? Ja, natürlich. Es ist eine Glasplatte, es ist ein dünner Alu-Rahmen und es ist noch eine Rückseite mit einer Kamera. Klar. Aber ich weiß nicht, wie das natürlich ist. Also ja, mir fällt auch nichts Besseres ein. Aber mir ist auch, bevor Olle Steve das iPhone aus der Tasche gefallen hat, ist mir auch nicht eingefallen, wie man wohl ein Smartphone besser machen könnte. Und das hat dann eben genau zwei Wochen gedauert, bis alle, also auch alle anderen Hersteller gesagt haben, ja natürlich muss ein Telefon genau so aussehen. Deswegen sahen ja auch innerhalb von zwei Jahren alle Telefone genauso aus wie das iPhone. Ich glaube aber nicht, dass A, war der Begriff Smartphone vorher nicht etabliert. B, würde ich nicht sagen, dass, ja, das Smartphone war ein völlig, insofern das iPhone war eine völlig neue Produktkategorie in sich. Ich glaube nicht, dass Apple so ein Risiko eingehen wird, das nochmal neu zu erfinden. Ja, ich wüsste auch nicht, ob es geht. Also mir fällt, da bin ich auch nicht derjenige, dem sowas einfällt, ehrlicherweise. Aber auch mal Colani, der hat doch in den 80ern und 90ern immer diese lustigen, ergonomischen, also da könnte ich mir schon vorstellen, wie der sowas machen würde, wie das aussehen würde. Um Herrn Möller mal zu diskutieren, der an dieser Stelle dann ja auch sehr fehlt. Das ist auch nicht meine Aufgabe, mir da was auszudenken, das soll Apple mal machen. So. Ja, und ich finde damit hat er dann völlig recht an der Stelle. Ich meine, die haben eine teure Designabteilung, die sich mit nichts anderem beschäftigt, als irgendwie Produktdesign, dann sollen sie sich mal was ausdenken für das iPhone. Ja, also mein Punkt ist, dass ich, also bei der alten Generation von Smartphones, die sind immer so Pantreo und, aber wie hießen die Dinger, die Vodafone hat, die als VDA verkauft und die als PDA und so, die haben sich ja auch schon Smartphones irgendwie geschimpft. Und da hatte ich genug daran aufzusetzen, also in allem, in der Funktionsweise vom Gerätedesign her, ich fand die alle scheiße, ich hatte genug daran zu bemängeln. Ich bin nicht auf, ich hätte nicht das iPhone zeichnen können, so ich bin, das kriege ich dann, das reicht bei mir nicht, aber ich hätte da genug zu meckern. Bei den aktuellen Gerätedesigns vom iPhone, ich mag diesen Kamerabuckel nicht. Das ist der Punkt, den ich habe. Alles andere finde ich geil an dem Design, finde ich gut, ich finde es praktisch, ich mag so eine Handhabung her. Und für alle Menschen außer mir ist dieser Kamerabuckel kein Problem, weil alle Menschen außer mir eine Hürde drum haben, gefühlt auf jeden Fall, die merken das nicht mal. Naja gut. Und auch da, auch bei dem aktuellen Smartphone-Designs, es ist ja nicht so, dass irgendjemand anders was radikal anderes einfallen würde. Ich meine ja, Samsung hat noch dieses Display, was so um die Ecken geht, und dieses Filephone ist doch schon wieder verschoben worden, oder? Also Samsung liefert das doch schon wieder nicht aus und die anderen haben das auch. Huawei wird jetzt wohl im angeblichen September kommen. Ja, aber, ach Leute, Mensch, das müsst ihr den Leuten doch auch mal zugutehalten, dass wenn jemand schon mal was Neues macht. Nein, ich bin großartig. Ja, es wird immer leicht, ach die, ach die, ach die, ach die. Nun macht mal jemand was. Das ist ähnlich wie damals mit dem neuen Windows. Ach, Microsoft kopiert ja nur Apple, und dann machen sie mal was ganz anderes, und dann, ach, hier, ja, hier, ja, hier. Ja, Innovation tut auch mal weh. Ich hab das damals schon gesagt, als wir das erste Mal über das Galaxy Fold gesprochen haben, das ist das erste Gerät seit langem, was ich dringend mal wieder in der Hand haben möchte. Ich würd's gerne mal ausprobieren. Ganz genau. Genau. Genau das ist, und das hat es bei mir geweckt, und wann war das letzte technische Gerät, was auf den Markt kam, wo ich nicht vielleicht gesagt hab, joa, das ist ganz spannend, aber wo ich das Gefühl hatte, ich muss das unbedingt mal in der Hand haben. Das iPhone. Das erste iPhone. Ja, aber das ist 2007 gewesen, seitdem kam das nicht mehr. Ich möchte mal sehen, wie es ist. Ja, ich möchte das mal aufklappen. Was zu berühren. Das möchte ich auch, aber ich hab, anders als beim ersten iPhone, null das Gefühl, dass so ein klappbares Display-Telefon in meinem Leben fehlt. Es könnte das iPad ersetzen, unter Umständen. So, es könnte Smartphone und iPad tatsächlich, wenn es, wir sind in einem ganz frühen Stadium, ich glaube im Moment noch nicht, und man merkt ja auch, dass die Technik noch nicht so ausgereift ist, deswegen gibt's ja die Probleme. Aber ich glaube, wenn wir tatsächlich mal fünf Jahre weiterdenken oder zehn, und das so ist, dass du das, angeblich arbeitet Apple ja auch an einem faltbaren iPad, wenn du das… Sie wären schon dumm, wenn nicht. Ja, sie wären dumm, wenn sie es nicht wenigstens im Hintergrund mal ein bisschen tun. Nun, wenn du einfach dein iPad zusammenfalten kannst und dann hast du ein iPhone, das würde zwei Geräte zusammen kombinieren und du müsstest weniger mit dir rumschleppen und du müsstest dir gar keine Gedanken mehr machen. Die Entwicklung ist… Ich glaube, wir machen immer wieder den Fehler. Wir sehen so eine Alexa-Dose vor uns und sagen, das will ich alles nicht, das sieht doch doof aus und scheiße und überhaupt und so. Ja, Leute, aber das ist doch nur eine Technik in einer Verpackung. Es geht doch nicht um die Verpackung, sondern dass Sprachassistenten sich in den verschiedensten Formen immer weiter fortpflanzen. Das ist ja nicht mehr aufzuhalten. Und genauso ist es mit irgendwelchen faltbaren, biegsamen, dehnbaren oder sonst was. Knüllbar. Ich habe jetzt schon jemanden so zusammenknüllen können. Haptische Geschichten, ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist ja diese Benutzungsebene, die einfach fehlt so bei vielen Dingen. Da sollten wir nicht den Fehler machen, guck mal, was Samsung da macht, das ist ja doof, was brauche ich alles nicht, was ist morgen wieder weg. Geh weg. Das muss weggehen. Immer diese Abverhaltung ist auch so ein bisschen, so funktioniert das menschliche Denken, oder? Kenn ich nicht, will ich nicht, sieht doof aus, geh weg. Und ich glaube, den Fehler sollten wir da nicht machen. Also da gibt es ja schon verschiedene Entwürfe, irgendwelche Fitness-Tracker, wo das Display sich ums Handgelenk rumwindet und so. Das finde ich eine tolle Sache. Ob es nachher tatsächlich diese faltbaren Fonds sind oder ganz was anderes. Also ich wäre ja schon froh, wenn es die Falk-Karten nicht, soll die Firma Falk, nicht Falk, sondern Falk mal ganz groß da einsteigen in diesen Faltmarkt. Ja, die elektronische Falk-Karte, das wäre doch nochmal. Nein, ich glaube da, also da müssen wir auch so ein bisschen einen offenen Horizont. Ich bin, wie gesagt, also die Strategie von, Samsung hat an der Stelle einen Fehler gemacht, das einfach zu früh rauszubringen. Ich finde die, ich bin aber Samsung trotzdem extrem dankbar, dass sie es tun und dass sie in die Richtung was entwickeln und forschen. Aber das ist auch eine Image-Geschichte. Oder wenn du willst, wenn du als innovativ gelten willst, dann musst du auch mal ein bisschen vorpreschen. Das wäre ähnlich wie mit E-Autos, dass da der ganze japanische Markt eigentlich an der deutschen Autoindustrie vorbeigezogen ist. Aber du musst auch irgendwann mal liefern. Also irgendwann muss das Ding mal kaufbar sein. Naja, aber unsere Geduld, ich will ja jetzt nicht die große Philosophiestunde machen, aber unser Geduld sinkt einfach immer weniger. Also dass wir nicht mehr, dass wir verlangen, dass es morgen da ist und dass ich es morgen kaufen und konsumieren kann. Und das finde ich. Ja, aber da ist dann noch Samsung schuld. Die hätten sich ja auch hinstellen können und sagen, guck mal hier, wie Google das häufig auch macht. Das ist irgendwie so eine Tech-Demo, das kommt irgendwann mal. Wie Google Glasses zum Beispiel. Zum Beispiel. Stattdessen stellt sich Samsung hin und sagt, guck mal hier, unser neues Produkt kannst du ab dem, wann war das, irgendwann im April kannst du kaufen. Dann fällt denen rechtzeitig auf, oha, Menschen bauen das Display auseinander, ohne das zu wissen. Und das hat den zweiten Termin ja auch schon wieder verschoben. Also es war marketingtechnisch einfach falsch. Hat das Samsung geschadet? Ich glaube nicht. Nee, auch die explodierenden Galaxy-Smartphones haben damals nur einen gewissen Einbruch gebracht. Also ich glaube, dass sich Samsung davon natürlich erholen wird. Was ich eigentlich nur schade an der Geschichte finde, ist, dass diese Falt-Displays jetzt an sich schon so einen Malus haben durch diese Nummer. Also dass die Skeptiker jetzt noch viel größer sind. Das ist ja bei Sprachassistenten genauso dadurch, dass... Diese ganzen Datenschutzgeschichten helfen nicht unbedingt. Nein, überhaupt nicht. Da stimme ich dir zu, das ist schade. Ja. Aber das sind auch die Gesetze des Marktes so ein bisschen. Immer schneller, immer alles. Und die Leute wollen, wollen, wollen. Die wollen das nächste dicke Ding kaufen. Und mit einem Smartphone kannst du niemanden mehr beeindrucken. Und dann vielleicht, wenn du im Restaurant sitzt und so ein Ding auseinanderfaltest, dann gucken wir wieder alle für fünf Minuten irgendwie, bevor es dann übermorgen wieder alle haben. Und dann, puh, ja. Jetzt kommen wir doch in die Philosophiestunde. Muss das sein? Meinst du für eine Philosophiestunde, ob das sein muss? Also ich stelle ja gar nicht in den Abgräder, also diese Display-Technologie an sich ist ja eher spannend. Auch für diverse professionelle Anwendungszwecke natürlich. Das ist natürlich auch eine total spannende Idee, Displays dann in anderen Dingen auf einmal verbauen zu können. Finde ich super spannend. Ich lehne mich hin relativ weit aus dem Fenster und sage in, was haben wir heute, wir haben so augustisch, 23. Mitte August. In zwei Jahren Mitte August redet keiner mehr über Club-Smartphones. Weil? Gescheiterte Pro-Kategorie. Wird nicht passieren. Da bist du sehr alt. Ich glaube, ich bin da sehr weitsichtig. Nee, ich glaube, du hast... Ich glaube, es wird nicht kommen. Es wird nie abheben. Wir nehmen in zwei Jahren eine Folge auf. Also nicht nie, in zwei Jahren wird das keine Relevanz haben, das Thema. Leg das mal irgendwie im Kalender. Ja. Hast du schon? Machen wir alle? Was wird denn dann Relevanz haben? Die immer noch sehr flachen iPhones und keine Sprachassistenten und keine Falsch und alles wird weggehen und morgen sitzen wir wieder und gucken. Nein, Sprachassistenten werden nicht weggehen. Die finden nur ich scheiße. Ich will die nicht haben. Also in ihrer jetzigen Form würde ich die nicht haben. Aber da glaube ich dran. Ich glaube, dass das funktioniert. Das wird auch nochmal fünf Jahre weiter funktionieren und wahrscheinlich auch gut funktionieren, dass ich das haben möchte. Aber aktuell kann ich mit keinem von diesen Geräten irgendwie ein vernünftiges Gespräch in Anführungszeichen führen. Das funktioniert für mich alles nicht. Bei diesen faltbaren Display-Smartphones, wie sie jetzt vorgestellt worden sind, sehe ich nicht, dass das passiert. Glaube ich nicht dran. Speziell Falten oder allgemein flexible Displays? Ja, also diese Produktkategorie Samsung und Huawei da jetzt ausgepackt haben, diese Falsch-Smartphones. Würdest du es anders denken, wenn morgen Apple mit sowas um die Ecke kommt? Ketzerische Frage. Wäre es dann alles toll? Ich glaube nicht daran, dass Apple das auch hinbekäme. Also ich glaube, dass diese Displays sind nicht so weit, dass die mal irgendwie länger als drei Monate durchhalten. Ich glaube, und das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, dass wir auf Micro-LED in der Hinsicht warten müssen. Ja, und ich glaube, es kommt gar nicht so sehr auf die Display-Technologie an, sondern einfach da um Materialermüdung. Weil wenn du irgendwie ein Ding immer weiter biegst, irgendwann bricht das. Aber Micro-LED ja eben nicht. Das könntest du schon so umsetzen, denke ich. Also ich glaube, wenn, also Apple, wir hören ganz bewusst ja, also Apple behält ja ihre ganzen Versuchslabore für sich, so aus bestimmten Gründen. Ich glaube, dass da sehr, sehr spannende Geräte in der Zwischenzeit mal entstanden sind und auch nie die Öffentlichkeit gesehen haben und dann sagen und klanglos wieder in irgendeinem Keller eingeschlossen wurde, in einem Safe. Weil sie nie einen bestimmten Status der Produktreife erreicht haben. Da möchte man mal reinschauen, ja. Ich würde gerne diesen Safe mal öffnen und mal so ein bisschen stöbern. Und wenn es auch nur die Geräte von vor zehn Jahren sind. Manchmal sieht man das ja, und das war das Schöne, glaube ich, an diesem Rechtsstreit von Samsung und Apple. Da hat Apple ja einige Prototypen aus dem Safe geholt, um zu zeigen, hier Samsung, wir haben nie in die Richtung irgendwas entwickelt. Wir haben uns immer darauf konzentriert. Das war das für Nutzer oder für Interessierte das einzig Gute an diesem Rechtsstreit, dass man mal da reingucken konnte. Aber natürlich auch in uralte Geräte. Es ging ja damals um generell dieses Design. Ich glaube, dass Apple eine ganz große Schwelle hat, bis ein Gerät dann auch wirklich auf einer Bühne präsentiert wird. Zumal sie sich ja jetzt auch in letzter Zeit mehrmals ein bisschen verbrannt haben. Stichwort diese Ladematte. Stichwort der HomePod, der ein Jahr brauchte von der Vorstellung, bis er dann auch wirklich auf den Markt kam. Was ungewöhnlich ist für Apple. Ich glaube, die sind da sehr, sehr vorsichtig. Und ich glaube, das ist der Unterschied zu Samsung und auch zu Google. Google stellt sich auf die Bühne und sagt mal, hier ist eine Tech-Demo und das probieren wir ein bisschen aus. Und ist aber auch ganz klar, Leute, das ist erstmal noch ein Versuch. Und wie im Google Glasses, die haben ja nie gesagt, das ist jetzt die smarte Brille und das ist das, was ihr unbedingt braucht. Apple würde sich auf die Bühne stellen und sagen, das ist die smarte Brille und das ist das, was ihr braucht. Das ist dann aber auch so weit entwickelt, dass man das sagen kann. Und dann kannst du es auch kaufen. Und dann kannst du es auch kaufen. Und ja, das ist schwierig heutzutage. Google hat damit Probleme gehabt, zu kommunizieren, dass man in Google Glasses, das ist eben Werkstattware ist. Labor. Sondern man hat immer gedacht, oh, morgen kommt Google da mit um dir. Ja, es ist heutzutage schwierig, das wird alles so hochgejazzet, oder? Ja. Und insofern, ja, tut Apple gut daran, dass es, ich halte ja, obwohl es immer wieder gesagt hat, oh, das ist die Innovationswerkstatt. Apple ist eine relativ konservative Firma oder eine relativ konservative Firma geworden. Und das mag nicht ganz falsch sein zurzeit. War eigentlich ja ein bisschen früher auch schon so. Ich meine, der iPod, es gab ja schon MP3-Player. Es ist ja keine völlige Neuerfindung Produkt gewesen. Völlig korrekt, ja. War trotzdem ein unglaublicher Erfolg, weil er viele Dinge einfach richtig gemacht hat und teilweise auch richtiger als Konkurrenten. Das iPhone, es gab davor ja auch schon Smartphones. Und es gab davor ja auch schon Touch-Displays. Wobei MP3-Player wirklich, also Smartphones habe ich persönlich vorher nicht wahrgenommen. Genau. Als Smartphones. Das ist natürlich auch der Vorteil der Marke Apple und des Apple-Logos und einfach diesen Nimbus drumherum. Wenn die ein Produkt rausbringen, dann hat das auch noch eine ganz andere Öffentlichkeit. Und siehe, was wir vorhin sagten, iOS 13 kommt auch in die Tagesschau. Das wird mit einem 0815-Update für irgendeinen MP3-Player nicht passieren. Aber der iPod, da war natürlich schon ein großer Fokus drauf, als der rauskam. Auch auf iPhone natürlich. Und trotzdem hat das iPhone das Smartphone genommen und nochmal weiterentwickelt und eine ganz andere Ebene gehoben. Thomas muss mal wieder Tagesschau gucken. Ja. Du brauchst doch wieder einen Fernseher. Wahrscheinlich so schon eher Tagesschau. In diesem Join. Nein, das muss schon klassisch auf so einem Röhren-Fernseher sein. Das habe ich gerade verschrotten lassen. Schon eher Tagesthemen und nicht mehr in der Tagesschau, aber trotzdem ja. Der dann auch so sucht, wenn man ihn ausmacht und erstmal dieses Zip-Geräusch macht und so. So richtig schön. Oh, ist gut. Ich kenne die Geräte und auf die drei Minuten gebraucht haben, bis sie ein Bild dargestellt haben. Ja, wie Polaroid. Es ist auch bei Apple, der Konservativismus kommt auch von der Verschlankung des Produktportfolios. Wenn man zurückdenkt so in den 90ern, wie viele verschiedene Computer Apple da überhaupt auf dem Markt hatte. Völliger Irrsinn. Das war nicht wirklich das Apple. Nee, nein, nein. Aber das ist ja trotzdem. Das war die Pepsi Apple. Ja, aber das ist ja Teil der Geschichte. Sondern wenn man inzwischen halt nur noch ein Desktop-Computer hat, also den iMac, dann musst du halt auch jedes Mal geil werden. Und wenn du halt auch nur ein, also wenn du nicht Samsung bist, die ohne Untertreibung wahrscheinlich aktuell 20 aktuelle Smartphone-Modelle auf dem Markt hat. Ja, mit irgendwelchen A- und S-Modellen. Genau, sondern wenn du zwei hast, dann müssen die halt geil werden. Die müssen halt Erfolg werden. Während Samsung, ist doch scheißegal, ob das Samsung Galaxy A134 nicht performt, da verkaufen die zehn Waschmaschinen mehr und dann haben sie es wieder drin. Ja, ja, ja. Das sind zwei völlig verschiedene Ansätze, Geld zu verdienen. Vielleicht wird sich das mit dem Serviceangebot ein bisschen ändern. Da hat Samsung gar nichts, oder, bisher? Ich bin in der Frage, ich glaube nicht. Es gibt keinen Samsung, Flix, TV, Prime, sonst was. Den neuen Samsung-Streaming-Dienst wüsste ich nicht, ne? Da scheinen die nicht zu wollen. Da sagst du überhaupt was, ne? Ja gut, aber die sind ja auch breiter aufgestellt. Also wie du sagst, die haben ja auch Waschmaschinen und so. Also die sind, also Samsung Electronics, das ist ja schon wirklich alles Electronics, was geht so ein bisschen. Ein klassischer Mischkonzern. Genau, und die brauchen gar nicht in diesem Streaming-Markt den sehr umkämpften Streaming-Markt jetzt noch einzusteigen, glaube ich. Naja, die haben halt ihre Smart-TVs und kaufen sich dann halt die Anbieter dazu oder kooperieren. Ich weiß nicht, ob da Geld geflossen ist oder in welche Richtung der Geld fließt. Du meinst diese berühmte Netflix-Taste auf der Fernbedienung. Ja, oder jetzt auch mit Apple zusammen. Aber ich weiß nicht, in welche Richtung der Geld fließt. Also das sind Kategorien und Bauwerke, die sind mir einfach zu groß. Da kann ich nicht rein mitdenken irgendwie. So, wollen wir mal wieder zu unserem Themenplan kommen. Zu unserem Themenplan? Ja. Herr Molz erzählt von der Gamescom. Genau. Da bin ich raus, da kann ich jetzt Mittagessen gehen. Ja. Wie war es denn, wie war es denn, Stefan? Das geht so schnell mit der Gamescom, da kriegst du kein Essen runter in der Zeit. Ich habe auch dieses Jahr geschwänzt, wie auch die Vorjahre. Weil, also meine Erfahrung von zweimal auf der Gamescom war die, dass es einfach ein Happening, ein Event ist, wo du zwar gute Laune haben kannst, networken kannst und vor allem daddeln kannst, aber so Dinge, die tatsächlich irgendwie Newswert haben oder sowas, die fanden schon vorher im Jahr statt. Also da gibt es jetzt keine großen neuen Exklusiv-Ankündigungen. Die waren dann meist schon irgendwie ein paar Monate vorher auf der E3, große Spielemesse in den USA. Und tatsächlich sah es dann irgendwie auch dieses Jahr eher mau aus, überhaupt, was irgendwelche Neuankündigungen betraf und im Speziellen, was den Mac betrifft. Und so eines der Highlights mag da noch gewesen sein, dass der Landwirtschaftssimulator 2019 auch in der Platinum-Edition für den Mac erscheinen wird. Jetzt bin ich hellhörig. Ja, ich wusste das. Nee, und ja, man kann so ein bisschen hoffen bei Titeln, wo man sagen kann, dem Gesetz der Serie folgend könnte man auf eine Mac-Version hoffen. Borderlands 3, großer Hype momentan. Ego-Shooter, Shooter für PC und Konsolen. Die Vorversionen kamen auch für den Mac raus mit zeitlichem Verzug. Könnte bei Teil 3, der jetzt halt für alle anderen Plattformen Anfang September erscheint, könnte dann auch noch auf den Mac kommen. Äh, irgendwann. Aber dieses Auf-den-Mac-Kommen. Ich weiß ja, das Spielen auf dem Mac ist ja ein bisschen schwieriger. Aber brauche ich das in Zukunft überhaupt noch? Also muss ich in Zukunft überhaupt noch auf irgendwelche Plattformen gucken? Du bist der Meister der Überleitungen. Ja, ne? Nur dafür bezahlen wir ihn. Ich schreibe da einen Monat dran rum. Ich kriege Geld hier. Ach so. Hätte ich das Thema hier nicht ansprechen dürfen. Ja, nein, dass das hieß, Molls laber nicht über irgendwelche Spiele, die hier eh kein Schwein kennen. So war das nicht gemein. Das hast du jetzt da wieder reininterpretiert. Ja, ja, jetzt bin ich wieder der Böse. Ja, nee, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, tatsächlich. Hatte Google auch die Gamescom als Plattform genutzt, um nochmal die Werbetrommel in Sachen Stadia zu rühren. Dann quasi plattformunabhängiger Spiegel-Streaming-Dienst bedeutet, die Spiele laufen statt auf dem heimischen Mac oder der Konsole im Google-Rechenzentrum und werden von dort aus über eine möglichst potente Internetleitung zu dir nach Hause gestreamt. Umgekehrt streamt man selbst die Daten vom Gamepad, vom Eingabegerät in das Rechenzentrum und im Ergebnis spielt man Spiele zu Hause, ohne die Hardware zu Hause stehen zu haben. Was wohl ersten Eindrücken zufolge auch ganz gut funktioniert. auch gut funktioniert, weil man es auch schon ausprobieren konnte bei anderen Anbietern, wie beispielsweise Nvidia, die mit GeForce Now ein vergleichbares Angebot am Start haben, was man tatsächlich auch schon in der Beta nutzen kann, was ich auch schon getan habe und auch ganz gut finde. Wenn Google mit Stadia die Qualität von GeForce Now schafft, ist schon mal viel gepackt. Da wollen sie aber noch mal einen oben drauflegen, nämlich, dass sie nicht nur Full-HD-Auflösung liefern, sondern bis zu 4K. Dafür kostet das Ganze dann auch, zumindest am Anfang, wenn man vom Start weg dabei sein will und 4K streamen will, kostet das dann in der sogenannten Founders Edition erst mal 130 Euro. Dafür kriegt man irgendwie auch einen Gamepad dazu und einen Chromecast. Einmal pro Jahr oder im Monat? Einmalig. Okay, ich bin beruhigt. Nein, nein, nein. Ich bin beruhigt. Du kriegst die Hardware, den Controller und den Chromecast Ultra für an Fernseher ran, damit du da dran spielen kannst. Pro Monat 130 Euro. Nee, 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 das wäre günstig. Nee, nee, und du kriegst drei Monate, glaube ich, an Abo dabei. Und das Abo kostet ansonsten, glaube ich, einen Zehner im Monat für diese 4K, 60 Frames pro Sekunde Abo-Stufe. Wenn du das nur in niedrigerer Auflösung, also niedrigerer Auflösung, ich glaube, in Stadia sprich Full-HD, dann kriegst du es umsonst. Problem ist nur, du musst die Spiele selbst mitbringen beziehungsweise im Stadia-Store kaufen. Also, genauso wie du ein PlayStation-Spiel kaufen musst, musst du dann auch ein Stadia-Spiel kaufen. Und da schwingt tatsächlich so ein bisschen die Angst mit. Wir hatten ja gerade zuvor darüber gesprochen, dass Google gerne mal experimentiert und Dinge, die nicht so erfolgreich sind, wieder einstampft. Und tatsächlich so in den Spielerforen, in denen ich mich so rumtreibe wie Reset Error, da ist die Stimmung auch eher negativ. gar nicht so sehr das Produkt an sich betreffend mit, was das Qualitative betrifft, sondern die Angst darum, dass man Geld in Spiele investiert und wer weiß, ob Google in einem Jahr oder in zwei noch Bock hat, das Ganze weiterzuführen. Und was dann mit dem Invest passiert, dass man quasi eingegangen ist. Weil die Spiele werden genauso viel kosten. Das ist ja nun ein Google-Projekt, das nicht vergleichbar ist mit irgendwie Inbox oder was weiß ich was. Sondern das ist ja ähnlich wie, was weiß ich, Assistant oder so ein Major-Produkt von denen. Die Angst aber ist da. Also, ich persönlich hätte jetzt auch keine Bedenken, da Geld auszugeben. Aber ... Ich hab das auch so ein bisschen ... Ich bin kein Spieler. Aber ich hab so ein bisschen mal, wenn die auf Twitter Werbung geschaltet haben, dann hab ich mir die Kommentare mal so ein bisschen angelesen. Und ... War das ähnlich so, vielleicht als Videostreaming größer wurde, dass die Leute gesagt haben, ah nee, das wird sich nie durchsetzen. Die Leute wollen doch ihre Filme auf DVD haben. Die wollen sie doch behalten. Oder als Musikstreaming. Das hatte genau diese Diskussion. Da ging die Diskussion doch auch so, nein, 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 nein. Das wird sich ja nie durchsetzen. Die Leute wollen doch ihre CD haben. Die wollen doch Musik besitzen. Ich glaube, das ist auch eine Generationsfrage. Ich glaube, im Gegenteil, die heutige Generation will diesen Ballast nicht mehr. Die wollen nicht mehr irgendwo was stehen haben. Und Ballastbesitz belastet. Und die wollen immer freier leben von solchen Dingen. Das geht ja selbst so. Die wollen nicht viele Möbel haben, weil morgen arbeiten sie im nächsten Startup. Morgen arbeiten sie in der nächsten Agentur. Die wollen flexibel sein. Und ich glaube, dieses ganze Besitzdenken, ich glaube, das ändert sich. Bei mir hängt es vom Preis ab. Ich kaufe nach wie vor alle meine Playstation-Spiele auf Plastikscheiben, weil die auf Plastikscheiben genauso viel kosten, wie wenn ich sie im Playstation-Online-Store rein digital kaufe. Das Perverse ist, die sind sogar noch oft günstiger, weil du sie dann irgendwo im Mediamarkt oder sonst beim Angebot bekommst. Und digital ist es immer der volle Preis. Und die Plastikscheiben werde ich wieder los. Also entweder, wenn das Spiel doch scheiße ist oder wenn ich es durchgespielt habe und es nie wieder anfasse. Das kann ich immer noch mal für ein Viertel des Preises noch mal irgendwie bei Rebuy oder sonstigen Dingen weiter verticken. Und ich finde, die Preisbeschreibung ist frech in der Gaming-Industrie nach wie vor. Ja, ich bin auch durchaus Fan von so Läden wie zum Beispiel GameStop, also die gebrauchte Spiele verkaufen. Dem wollte Microsoft ja mit der Xbox One einen Riegel vorschieben und hatte ja die großartige Idee, wenn du ein Spiel kaufst und das das erste Mal in die Konsole einlegst, werden die beiden miteinander gekoppelt und dann ist das Spiel auf keiner anderen Konsole mehr spielbar. Das haben sie den Leuten ja erst als Innovation verkauft und dann einen riesigen Shitstorm erlebt. Zurecht, finde ich, weil das ist wieder was anderes. Also wenn ich ein Spiel digital kaufe und die digitale Kopie auf der Playstation habe, dann ist es ja immer noch meins. Microsoft ist ja noch mal einen Schritt weitergegangen, hat gesagt, ja, darfst du schon kaufen und darfst auch digital besitzen, aber dann halt nur einmal und nie wieder anders. Und ich gehe gerne dann mal in so ein GameStop und kaufe mir das gebrauchte Spiel für die Hälfte oder teilweise noch weniger. Ich kann dann auch ein bisschen warten, da habe ich dann auch kein Problem mit. Ich finde halt wirklich 70 Euro, was der normale Einstiegspreis ist bei Spielen, wenn sie auf den Markt kommen, ist für, finde ich, 80 Prozent der Spiele, die auf den Markt kommen, nicht gerechtfertigt. Es gibt durchaus Titel, die ich für das Geld vorbestelle, aber da muss ich dann wirklich sicher sein und das sind nur noch ein, zwei Studios, bei denen ich das mache. Aber da geht Stadia eher den falschen Weg, dass du generell dazu angehalten bist, die Spiele zu kaufen. Und Nebensatz, wenn du dieses Abo hast für einen Zehner im Monat, werden da auch ein paar Spiele dabei sein. Aber Google sagt selbst auch, das wird keine große Spielebibliothek sein und kein Netflix für Spiele, sondern wirklich nur eine Handvoll. Das ist mir wieder zu kompliziert. Also das ist ja auch bei PlayStation Plus, was es ja auch noch gibt, das ist ja schon deutlich älter, das ist ja ein ganz anderer Gedanke, das ist ja kein Streaming, sondern da bezahlst du Geld, damit du online spielen kannst und hast einige Titel mit exklusiv drin, pro Monat wechselnd. Und auch das ist mir schon zu kompliziert, darauf zu hoffen, dass da mal ein guter Titel mit dabei ist. Also wenn ich das Geld schon reinschmeiße, dann bin ich von Netflix inzwischen auch schon so verwöhnt, und dass ich nicht anfange, mir dann in irgendwelchen Katalogen auf die Gnade von irgendeinem Hersteller zu hoffen, dass da mal ein guter Titel dabei ist oder den Titel, den ich dann wirklich spielen möchte, da muss ich dann schon wieder extra oben drauf zahlen und das ist einfach viel zu komplizierend. Und genau das ist die Messlatte. Netflix ist die Messlatte für alles. Ob nun Videostreaming, ob irgendwas, ob Spiele-Streaming, das ist die Messlatte. Wenn ich 130 Euro zahle für diese Hardware, okay, von mir aus, weil du kriegst ja auch Hardware in die Hand. Naja, Hardware ist Hardware. Hardware ist Hardware. Und dann sagt für einen Zehner, für 15 Euro, meinetwegen auch für 20 Euro, die gesamte Spielbibliothek von Stadia ist offen für dich, sobald du die Hardware hast. Bitte, komm. Davon würde ich auch ausgehen. Ja. Aber ich glaube, ohne dass man großer Videospiele-Fan sein muss, kann man sagen, mal wieder der Blick in die Zukunft, ich hoffe, du widersprichst mir diesmal nicht, Sebastian, dass auch auf dem Sektor Streaming einfach der Markt der Zukunft ist und jeder, der da nicht mit einem Schrein springt, wird den Weg des Nintendo gehen, oder? Naja, man muss zugeben, dass Google ja nicht die Ersten sind, die das machen. Wie gesagt, Nvidia war schon im Markt. Microsoft hat mit NetSkW-Project, xCloud, auch was Vergleichbares an der Startlinie. Aber keiner redet davon, oder? Doch, 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 doch. Weil ich kein Video-Streaming-Fan bin, ich werde dauernd mit Stadia konfrontiert, dauernd, dauernd daran. Das liegt daran, dass du in der Google-Produktwelt lebst, weil ich sehe das auch, dass ich selbst auf der Google-Startseite Stadia-Werbung eingeblendet bekomme. Da haben die einfach den Vorteil, quasi direkt am Knopf zu drücken mit jetzt schalte ich Werbung. Aber auch technisch, also wir müssen ja mal, was da eigentlich passiert ist, dass du dir Videos anguckst. Also, dass du sozusagen interagierst mit Videos. Und da hat Google einfach diesen riesen Vorteil des Kompressionsverfahrens, und den haben sie wegen YouTube. Die haben es über die Jahre so perfektioniert, ja, dass das einfach flüssig läuft. Kann ich eigentlich andere Controller an dieser Stadia nutzen? Also, das wäre ja ein Killer-Argument sein. Wenn der Controller scheiße ist, dann würdest du es nicht durchsetzen. Ich glaube schon, ja. Xbox-Controller und so kannst du auch mitkoppeln. Der Gag ist dann tatsächlich, das soll so funktionieren, du startest irgendwie auf deinem Mac Chrome, hast irgendwie im Hintergrund einfach den Controller verbunden. Und ich bin mir relativ sicher, dass es auch mit dem Xbox-Controller geht. Und kannst dann schon einfach loslegen, zu spielen, ohne dass du groß was anderes irgendwie einstellen oder konfigurieren müsstest. Und dann macht es nur noch Zuverlässigkeit des Streamings. Ja. Plus Angebot. Und die eigene Internetleitung ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Und das ist in Deutschland eher ein Problem als vielleicht in den USA. Ja. Also ich werde einen dieser Dienste auch mal ausprobieren, gerade auch, wenn es iOS-Apps oder Mac-Apps dafür gibt. Ich weiß aber, und das ist gerade bei mir, mit meinem Kabelanschluss im Haus, ich habe Internet über Kabel, gerade abends bricht die Geschwindigkeit regelmäßig so stark ein, dass ich nicht mal mehr Netflix gucken kann. und da werde ich ganz bestimmt nicht irgendwelche Stadia-Geschichten spielen können. Ach, Kabel ist Mist, oder? Kabel ist Mist, weil bis zum Haus ist die Geschwindigkeit super, aber dann teilen wir uns alle einen Anschluss quasi, im ganzen Haus. Und je mehr Leute in diesem Haus wohnen, also ich habe eigentlich eine schnelle Leitung und manchmal komme ich auch, ich mache immer mal wieder so einen Speedtest, ich komme auch tagsüber gerne mal auf meine bezahlte Leitungsgeschwindigkeit, aber abends bricht das dermaßen ein, das ist eine Katastrophe. Klopfer-Volz, ich bin ja nun jüngst umgezogen, seit ich wieder DSL habe, 52er-Leitung, ich habe Kabel noch nie vermisst. Kabel Deutschland, als das noch Kabel Deutschland war, Vodafone, inzwischen Vodafone, ja. Ja, als das noch Kabel Deutschland war, da war ich davon wirklich überzeugt, weil es fiel einfach nie aus. Vorher war ich bei der Telekom, das ist so ein paar Jahre her, und da hatte ich dauernd Ärger mit DSL damals, als das neu aufkam. Deshalb war ich so ein bisschen zögerlich, wieder zu DSL zurückzukommen. Das hörte sich für mich so archaisch an, DSL. Aber ich bin nicht enttäuscht worden, also ich wünsche mir Kabel nicht zurück. Ich glaube, es hängt glaube ich nach wie vor an der spezifischen jeweiligen Leitung. Entweder das läuft von Anfang an gut, dann hast du auch nie Probleme, oder du hast Probleme, und dann hast du die auch immer. Das ist so meine... Also ich käme noch mal ein Schwanken bei uns am Heimat, bei meinen Heimatort Rendsburg, der wird im großen Stil Glasfaser verdient, und dann würde ich schon mal wieder überlegen. Ja. Na? Ich glaube, bis bei mir Glasfaser in der Straße liegt. Naja, gut. Hat keiner von euch bisher Glasfaser, auch in Bremen nicht? Nö. Herr Molz, worüber surfen Sie? VDSL 100 Mbit. Ja, also wird spannend. Diese Grundidee, dass ich auf meinem Tablet, egal was das ist, ich könnte ja sogar auf dem iPad Air wunderbar dann Triple-A-Spiele spielen, theoretisch. Diesen Gedanken finde ich einfach genial, und ich hoffe, dass sich das tatsächlich so Flat-Red-mäßig irgendein Anbieter auch so weit durchsetzt, dass man das dann auch machen kann. Ich glaube, diese Google-Geschichte ist zu kompliziert, habe ich ja eben schon gesagt, mit den Titeln da und vielleicht, und da musst du noch dazu kaufen, und das brauchst du, und hier und da. Ich hoffe, dass sich vielleicht ein Anbieter durchsetzt, dass du irgendwann wirklich mal nicht mehr auf die Hardware gucken kannst, sondern mit jedem Display im Grunde spielen kannst. Naja, was heißt zu kompliziert, wenn du davon ausgehst, dass es dann im nächsten, in dem kostenlosen Level soll es verfügbar sein nächstes Jahr, wenn du nichts zahlst und nur die Spiele kaufen musst, dann finde ich es eigentlich ein recht verständliches Modell. Okay, gut. Ja, das hatte ich gerade nicht bedacht. Aber da ist die Frage, also, ja, aber da kommt wieder das Problem, dass ich kaum spielebrat bin, den Vollpreis zu bezahlen. Ich wiederum bin ja so Gelegenheitsspieler, nur, ich glaube, Apple Arcade ist für mich tatsächlich was Vernünftiges, weil ich zahle locker irgendwas zwischen 3 und 10 Euro jeden Monat, um mal neue Spiele auszuprobieren, weil es sich dann auch nur vielleicht mal zwei Stunden spielen, und dann reicht das auch. Von daher, wenn ich da diese Apple Flatrate da irgendwie habe, und da dann tatsächlich auch die Spiele dann taugen, das wird sich ja erst noch zeigen müssen, und ich die dann auch mit einem vernünftigen Controller meiner Wahl, nämlich dem Playstation-Controller, über ein Apple TV auf dem Fernseher spielen kann, dann ist die Playstation für mich irrelevant geworden. Weil also die meisten Spiele, die ich da spiele, sind auch eher so, das sind ja gar nicht Indie-Games dann, aber sowas wie Journey oder irgendwie sowas. Gibt das auch auf iOS, das wird auch passieren. Und dann habe ich eigentlich die Playstation nur noch für das alljährliche FIFA-Update und die Spiele von, von wie heißen sie hier, Naughty Dog? Heißt du Naughty Dog? Ja, aber ich glaube, alles, was so AAA genannt wird, also die Blockbuster, sei es irgendwie, was weiß ich, GTA. Genau, GTA, Halo, Uncharted, all die Spiele mit diesem hohen Level an Sound und Grafik, die wirst du auf Apple Arcade, einfach aufgrund der, der Hardware-Limitierungen erstmal nicht finden, was aber nicht bedeutet, dass es da dann nur schlechte oder billige Handy-Spiele oder sowas gibt, sondern das ist ja durchaus, Stichwort Indie-Spiele, das ist ja durchaus, der noch Titel geben kann, die aus dem Spiel heraus, aus dem Gameplay heraus, Spaß machen, ohne jetzt groß audiovisuell auf die Pauke hauen zu müssen. Ich glaube aber auch, dass mein Leben wird, wenn ich aus dem Apple Arcade habe, wird mein Leben nicht mehr signifikant dadurch schlechter, dass ich ja nicht die nächste Playstation für 500 Euro kaufe. Falls es nochmal eine Playstation-Hardware gibt, keine Ahnung, vielleicht kommen die auch raus mit irgendeinem Streaming-Modell und sagen, hier ist die Box, die irgendwie streamt. Mag ja auch sein. Man arbeitet wohl schon am Nachfolger seit ein paar Jahren. Ja. Aber ich sehe mich dann, also klar, ich will die Playstation nicht wegschmeißen, wenn Apple Arcade ist da, das ist natürlich auch Wahnsinn, aber ich sehe mich nicht die nächste Playstation kaufen, die ich das bisher die ganzen Jahre übergetan habe. Also ich werde mir die kommende Playstation-Generation holen, weil ich eben diese Triple-A-Spiele gerne spiele. Trotzdem finde ich Arcade sehr interessant. Unter anderem aus dem Aspekt, und da muss man mal gucken, ob das wirklich auch so stimmt, aber Apple hat ja, als Arcade vorgestellt wurde, in diesem ersten Trailer, sich so ein bisschen als der Retter der Indie-Szene dargestellt. Ja. Weil du ja, mit vielen Indie-Titeln nicht, also das Preismodell vom App-Store ist ja Freemium, wo du mit nur noch Geld machen kannst. Und diese Freemium-Titel sind einfach irgendwelche Klickschwachsinn, finde ich. Ich kann keine dieser Clash-of-irgendwas-Dinger auch nur länger als zwei Minuten spielen, ich finde sie einfach nur grausam. Und die gehen aber durch die Decke und die sind in den Verkaufscharts und damit machst du Millionen und ein Indie-Titel, der vielleicht mal eine tiefergehende Story hat und deutlich mehr Aufwand hat, auch ihn zu programmieren und ihn zu pflegen, der schafft es nicht, weil Leute keine drei, vier, fünf Euro mehr bereit sind, für eine App auszugeben. Das ist ja so. Ich meine, wir kriegen hier mit unserem Wagen nebenan eine Currywurst-Pommes für mehr Geld, aber für fünf Euro für eine App zahlen wir nicht mehr. Und das hat Apple mit unter anderem App Store selber mit kaputt gemacht durch diese Freemium-Titel und sich jetzt hinzustellen und zu sagen, wir retten die Indie-Game-Szene, fand ich interessant, diesen Schritt zu machen und ich bin mal gespannt, ob es auch wirklich so wird. Aber wissen wir denn genau über die Details Bescheid, wie da finanziert wird, was die Entwickler an Geld einstreichen können? Also das, was ich so gelesen habe, ging in die Richtung mit, die Entwickler kriegen quasi einen Vorschuss und die Abrechnung erfolgt dann aber anhand von Spielzeit. Das heißt, dann hättest du ja wieder das gleiche Problem, dass Spiele darauf ausgelegt sind, dich möglichst lange mit irgendwelchen stumpfen, sich wiederholenden Tätigkeiten bei Stange zu halten, damit du natürlich einen möglichst großen Scheck von Apple bekommst. Also wie ich diese, da waren ja Entwickler auch zu sehen in diesem Video. So wie ich das verstanden habe, ist allein der Vorschuss von Apple für diese Arcade-Titel so, dass du beruhigt anfangen kannst, es zu entwickeln. Natürlich möchtest du am Ende davon auch noch leben können, nehme ich mal stark an, das soll ja am Ende auch noch ein Gewinnball rumkommen, aber dieser eine Entwickler, ich müsste es jetzt gleich nochmal nachgucken, wer das war, aber den habe ich zumindest so verstanden, dass er jetzt seine kreativen Ideen auch mal ausleben kann, ohne sich die ganze Zeit im Hinterkopf Gedanken zu machen, rentiert dich das irgendwann nochmal. Vorschuss, sowas gab es für uns Autoren auch mal. Ja, die Zeiten sind vorbei. Und ich weiß aber echt nicht, ob das so ist und deswegen würde ich gerne tatsächlich mal schauen, ob wir da nicht ein, zwei Entwickler mal irgendwie zu Wort kommen lassen können, die uns auch mal erzählen, ob die Indie-Szene jetzt tatsächlich dadurch gerettet ist. insofern gucken, auch mal gucken, was Apple uns jetzt am 10. September, vermutlich am 10. September dann auch Apple App über Arcade nochmal erzählt. Da wird ja sicherlich immer ein neuer Trailer kommen, man wird drei Spiele-Studios auf der Bühne haben, die uns tolle Titel irgendwie vorstellen, nehme ich mal stark an. Das denke ich auch, ja. Mal schauen. Zum ersten Mal, dass das spannend ist, sonst finde ich halt die Spiele-Demos auf der Apple-Bühne immer der langweilste Part der ganzen Produktion. Also es fällt einem eben auch nicht der Name Apple primär ein, wenn es um Spiele geht. Aber grundsätzlich, ich glaube, es ist ein bisschen unterschätzt, also die Plattform iOS als Spiele-Plattform, weil man es so nicht wahrnimmt. Das ist eben nicht die Plattform, die man auf dem Riesenfernseher im Wohnzimmer spielt, sondern aber sie findet statt, denke ich, und gar nicht mal so selten. Ich wüsste gar nicht, wie viel Nutzungszeit der iPhones für Spiele drauf geht. Ich glaube, das ist hoch im zweistelligen Bereich. Drittel? Ja, ich denke auch, also in den Game Charts, also in den App Store Charts sind ja auch die Spiele nicht ohne Grund so prominent auch vertreten. Also die haben ja einen eigenen Reiter im App Store und so, also es gibt ja Gründe dafür. Wenn keiner spielt, würde Apple das ja auch nie so promoten und auch über Arcade wahrscheinlich nicht nachdenken. Du hast vorhin Nintendo angesprochen, ich verstehe bis heute nicht, warum die nicht mal, also natürlich inzwischen gibt es iOS-Spiele, aber die, die es gibt, fand ich jetzt nicht überragend und überwältigend und ich verstehe nicht, warum Nintendo da nicht viel stärker versucht auch auf dem Handymarkt so ein bisschen mal mehr durchzustarten. Tetris. Ja, Dr. Mario, Tetris-Verschnitt und Super Mario Jump'n'Run-Geschichte und irgendwelche Farm-Spiele. Ja, gut, vielleicht. Ist Pokémon nicht Nintendo? Nein, das macht, das macht aber ja eine Studio für die und die, die haben, glaube ich, nur die Rechte eingekauft bei denen. Ja, ist das auch kein Nintendo-Spiel. Naja, gut. Soviel zum Thema Spiele. Ich denke doch. Dann noch zwei kleine Themen, oder? Wir können noch über E-Bikes reden. Fände ich spannend. Wir hatten ja, unlängst hatten wir hier ja in der Redaktion schon mal das Cowboy. Cowboy. Zum Test. Aus Belgien. Und waren da, ja, hinreichend von angetan. Am Ende habe ich keins gekauft, weil die nicht die richtige Rahmengröße haben. Also die verkaufen die in der Nummer zu klein. Also auch die Reifengröße sind ja auch, sowohl Reifen als auch Rahmen sind zu klein. Wo machen die Schluss? Bei 26? 26. Tatsächlich? Ja. Das wären wir auch zu klein. Und ich glaube, der Rahmen ist ein 52er, meine ich. An meinem Stevens-Bike habe ich ein 58er-Rahmen. Das macht schon einen Unterschied. Also ich sitze da, es gibt ein Video von mir, wie ich da langfahre. Das macht auch Spaß. Aber ich sitze da wie ein Affer auf dem Schleifstein. Ich glaube, also für längere Fahrten ist das, glaube ich, nichts. Allein von Haltung dann her. Aber ich bekomme heute Post, ich warte darauf, das klingelt nicht hier, sondern das klingelt zu Hause. Aber das VanMove Electrified S2. Ja. Was da nochmal drauflegen sollte, technisch, weil es kostet ja auch fast das Doppelte. Also gerade ist es im Angebot, das kostet glaube ich nur 3.000 Euro, sonst irgendwie 3,5. Und es ist damit Listenpreis 1.500 Euro über dem Cowboy. Hat aber diverse andere Annehmlichkeiten. Unter anderem ein vernünftiges, eingebautes Schloss, was wohl ganz cool funktionieren soll. Das ist so ein Stift da rausgegeben, da muss man einfach ein bisschen reintreten tatsächlich. Also in den Videos wird einfach reingetreten und dann ist das Ding abgeschlossen. Und haben mit dran für pauschal 100 Euro im Jahr oder 250 Euro für drei Jahre eine super coole Fahrradversicherung im Sinne von für den Fall, dass dir dann dein VanMove geklaut wird, unterhält VanMove eine eigene Flotte von Menschen, die Bike Hunter, die haben alle GPS und so, die versuchen, dein Fahrrad wiederzubringen. Und wenn sie es in irgendeiner Zeit von, habe ich vergessen, wie lange, nicht schafft, kriegst du ein neues Fahrrad von VanMove nach Hause gestellt. Das ist irgendwie ganz cool beim Rad, was 300.000 Euro kostet. Kann man sich auf YouTube auch mal angucken. Die haben eine eigene YouTube-Serie, wie sie anfangen, in Amsterdam Fahrräder zu jagen und so. Für TNK wird es einfach sein, wenn man mit Fahrradversorgung das VanMove-Rad sein. Das VanMove, wenn es geklaut wurde, genau. Ja, aber auch das wiedergefunden wird. Die müssen nicht lange suchen. Wenn sie irgendwo VanMove rumstehen sehen, das wird dann meins sein. Im Rahmen integriertes Licht, ein Display, ein Lautsprecher ist auch integriert, der, wenn du dein Fahrrad, wenn es abgeschlossen ist, jemand bewegt, auch, ich glaube, über 100 Dezibel laut dann Alarm schlägt. Einmal richtig laut, ja. All solche Dinge sind da mit drin. Und das Schöne daran ist, bei dem Cowboy, dem hat man angesehen, dass es ein Pedelec ist. Weil hinten der Akku fest, mit so einem Stift, musste man den rausnehmen und konnte ihn dann raufziehen. Aber das hat halt die Säule, wo der Sattel drauf sitzt. Ich weiß nicht, beim Auto wüsste ich jetzt A, B und C Säule, aber beim Fahrrad weiß ich nicht. Es gibt bestimmt einen Fachbegriff. Da, wo der Sattel ist, das war dreimal so dick wie beim normalen Fahrrad durch den Akku. Häufig ist es ja auf dieser Querstrebe der Akku drauf und bei diesem VanMove sind alle, ich denke, dass es mehrere Akkus sein müssen. Ich glaube, der gesamte Rahmen des Fahrrads ist vollgespickt mit Akkus. Dadurch ist der Rahmen aber nicht wirklich dicker als bei anderen. Also man sieht dem Ding nicht an, dass es ein Pedelec ist. Das finde ich auch nicht unspannend. Darüber auch scheiße für Wohnungen, weil du es zum Laden reintragen musst. Ja. Für mich wäre es okay, weil ich habe mein Fahrrad hier in meiner Wohnung stehen. Ich möchte das nicht im Hinterhof stehen haben. Da wird es nass und geklaut. Vielleicht wird es sogar nass geklaut. Was auch spannend ist, die schaffen auch, wenn man das auf diese 25 Kilometer, Stundenkilometer einschneiden lässt, schaffen die auch so, ich glaube, 70 Kilometer ungefähr Reichweite. Haben aber noch so einen Eco-Modus, da weiß ich gar nicht, wie hoch die Geschwindigkeit da ist, aber das ist fast die doppelte Reichweite. Ja. Also 150 Kilometer schreiben sie, glaube ich. Ich denke, es wird dich einfach weniger unterstützen. Das ist ja der Punkt. Also ein Pedelec ist ja sowieso so, dass du kein Gashebel oder irgendwas hast, du trittst ins Pedal und dann kommt eine Unterstützung und ich denke, dass der Eco-Modus dann einfach weniger mit, also es ist weniger Rückenwind, den du dann hast. Aber du wirst es ja ausprobieren. Ich werde es ausprobieren, genau. Und dann werde ich wieder hier die Bergstraße, ich glaube, es ist die steilste Straße, die Kiel hat, vor allem über die Distanz. Ja, oder die Brücke über den Kanal. Ja. Hochbrücke. Aber da wirst du nicht so gesehen. Ich fand es super. Ach, du möchtest gesehen werden? Ja, ja. Von Herrn Möller, wenn er aus dem Fenster kommt. Das auch? Der wohnt da nicht. Also nicht wenige Fahrradfahrer in Kiel steigen am Fusterbergstraß ab und schieben das Rad da hoch. Ich auch. Ich habe da keinen Bock drauf. Und ich fand es super, schon mit dem Cowboy, als ich da den Eintag, das Cowboy, ich hatte lang gefahren, bin ich genau auch da hochgefahren. Und da hast du diese ganzen Rennrad-Hipster da mit ihren 5-Kilo-Fahrrädern und so, die da sich dann abmühen. Und das muss ein Bild für die Götter gewesen sein, wenn der dicke Junge da auf diesem Fahrrad mit 25 kmh da einfach dran vorbeizieht, während die unter Schrittgeschwindigkeit ja teilweise fahren und hochzukommen. Das fand ich ganz cool. Und das erwarte ich mir für diesen Vanmove jetzt auch. Sag Bescheid, dann stehe ich mit dem Handy und mache ein Video. Ja. Dass ich auch das Vanmove hat in der App, die dazu gehört, so ein Schalter für Ich bin nicht in der EU und dann kannst du 32 Stunden Kilometer fahren. Und obwohl dieses Vanmove ein GPS hat, haben sie vergessen einzubauen, dass das geprüft wird, ob man wirklich nicht in der EU ist. Beim Cowboy gibt es auch einen Modus, der heißt Offroad-Modus. Ja, stimmt. Stimmt. Das Cowboy würde ich aber nie Offroad nutzen wollen, weil die Reifen zum Beispiel, es hat keinerlei Federung und die Reifen sind so slickartige Straßenreifen. Also damit würde ich auch nicht ins Gelände fahren wollen. Also wofür dieser Offroad-Modus wohl da ist? Ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich habe noch ein spannendes Erlebnis mit diesen Dingen, die so einen Gashebel haben. Die heißen dann S-Pedelecs, glaube ich. Habe ich zumindest so hier reingeschrieben und ich glaube, das ist das richtige Begriff dafür. Ich habe jemanden in Kiel gesehen, der so ein Ding hat. Das sah auch aus wie normales Fahrrad. Ich habe ihn daran erkannt, dass er auf der Holternauer Straße, wo ich lang fuhr, bis 45 kam, er mir mithalten konnte und dabei entspannt aussah. Aber der hatte ein Kennzeichen, oder nicht? Da ist so ein Versicherungskennzeichen hinten dran. Da musst du versichern und alle. Das fand ich super, super strange. Also 45 Stundenkilometer mit so einem Fahrrad durch die Stadt, das fand ich völlig irre. Das ist mir zu schnell auf dem Fahrrad, mit meinem Fahrradhelm. Gibt es da eigentlich Helmpflicht? Nee, ne? Er hatte kein Auf. Ja, wahrscheinlich gibt es da Helmpflicht. Aber gibst du da Moped ein? Hast du da Helmpflicht? Bei Moped gibt es da Helmpflicht, ja. Da würde es doch das Gleiche sein, garantiert. Und ich habe auch keine Lust mit Versicherungskennzeichen fürs Fahrrad und hast du nicht gesehen und der Aufwand und nee. Also Fahrrad muss ich mich draus setzen und los geht's. Ich fange nicht an, zum Kraftfahrzeug am Bundesamt dahin zu laufen und Kennzeichen zu holen, Versicherung anzurufen und nee. Nee, irgendwie nicht. Da kann ich auch Moped fahren. Meldung des Tages habt ihr mitbekommen, dass Harley Davidson in den E-Bike-Markt einsteigen möchte. Es gibt sogar schon Fotos. Es ist, glaube ich, das Beste, was sie machen können, weil sie auch, glaube ich, seit Jahren mit Absätzen, mit rückgängigen Absätzen zu kämpfen haben. Die Harley ist einfach nicht mehr, also ich glaube auch generell, das Motorrad ist nicht mehr so beliebt wie früher noch. Und jetzt in den boomenden E-Bike-Markt einzusteigen, ist keine doofe Idee, glaube ich. Wenn dann jetzt. Ich habe mitgekriegt, dass die altehrwürdige deutsche Firma Zündab, die gibt es ja auch so als Fahrradfirma wieder. Ach was. Ja, ja. Die haben früher so Mopeds hergestellt, ne? Auch zwei Räder. Haben die nicht, gibt es nicht auch Zündab Elektro? Also gibt es die nicht auch als Elektrorolle? Das weiß ich nicht. Ich meine nämlich, das irgendwie auch gelesen zu haben. Also da tut sich gerade relativ. Das wäre nicht lustig bei einer Firma, die diese Zündung im Namen hat. Du kannst sie bestimmt mit einem Zündmodul irgendwie kaufen oder so. Naja, aber jedenfalls kann man Harley in Zukunft fahren. Ich bin gespannt auf das, was da kommt. Also die Fotos sahen schon gar nicht so unbeeindruckend aus. Man weiß es nicht. Uramerikanische Marke, die amerikanischste Marke neben Apple, die es vielleicht gibt. Naja, es gibt noch Coca-Cola. Ich wollte noch Coca-Cola, McDonalds, aber eine sehr amerikanische Marke. Ford. Ich bin gerade live und in Farbe und zwar am zweiten Tag in Folge von UPS die Push-Meldung. Ihr Paket kann sich betriebsbedingt verspäten. Zustand wird neu terminiert. Das heißt, du rufst da gleich mal an. Lieferdatum unbekannt. Ja, dann würde ich sagen, rufst du da gleich mal an. Ich brauche doch mal eine Fahrt heute. Ja. Das hast du für das Wochenende eingeplant, ne? Schon. Ja. Zumal UPS ja samstags nicht liefert, ne? Nur gegen Aufpreis. Ja. Ich habe sowieso den Eindruck, dass die Lieferdienste hemmungslos überfordert sind in letzter Zeit. Ich bekomme dauernd von Amazon und Co. selbst bei Prime Versand irgendwelche Liefertermine genannt, die garantiert nicht eingehalten werden. Manchmal mit zwei Tagen drüber. Ich habe mich neulich mit meinem Paketboten unterhalten und der sagt auch, die sind hoffnungslos unterbesetzt. Dann besonders in der Urlaubszeit und wenn dann noch jemand krank wird, geht es gar nicht mehr. Er sucht aber auch schon eine neue Arbeit, weil die auch einfach durch den Subunternehmer, wo er ist, du kannst von dem Job alleine nicht mehr leben. So Wahnsinn. Und die ackern richtig, oder? Ja, die ackern richtig. Das ist auch nichts mit Langsamkeit oder so. Und ich bin ja in so einem Altbau-Mehrfamilienhaus. Die sprinten da auch in den sechsten Stock hoch mit einer Geschwindigkeit und alles. Und bei mir im Viertel sind das ja nur so Häuser. Das heißt, der weiß genau, die nächsten drei Stunden macht ja nichts anderes als hochrennen. Und dann wird der mit, um den Mindestlohn betrogen. Also das ist einfach... Das ist Akkordarbeit geworden. Also der nette Briefträger von früher, der dann erst mal zehn Minuten bei einem Kaffee einen Schnack mit dir gemacht hat. Ja. Das kann vergessen. Ich glaube, in Schweden ist es so, dass Briefträger geschult und bezahlt werden dafür, sich mit ihren Kunden auch zu unterhalten. Also gut, da ist es eh so... Da wird es schwierig. Da ist es eh so, dass die ja auch mal auf dem Land längere Wege und so. Aber da ist es echt so, dass die eine soziale Ausbildung mit dazu haben und auf so einsamen Höfen mit den Bauern sich dann auch noch mal zehn Minuten beim Kaffee so austauschen. Ach toll. Warum sind die uns eigentlich in allen Sachen überlegt? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was da so läuft, dass die wirklich alles immer besser machen. Ich möchte natürlich auch, dass die Spediteure hier an den 50 bezahlt werden. Aber ich brauche nicht noch jemanden, den ich mich unterhalten will. Nee, nee, nee. Aber ich war ja mal Postbote ein Jahr meines Lebens. Man muss dazu sagen, Herr von Alvöhn hat einfach alles schon gemacht. Ich habe keinen Studienplatz bekommen. Ich musste was machen. Und dann die Post sucht immer Leute. Das ist tatsächlich so. Ob man es machen möchte, ist eine andere Frage. Aber da ist es echt so, gerade ältere Menschen, der Postbote ist der einzige, den sie mal sehen den Tag über oder auch mal die Woche über. Und du merkst, wie viele dich versuchen, tatsächlich nicht zwanghaft, aber schon in ein Gespräch zu bringen und mal so ein bisschen was von ihrem Tag zu erzählen. Und du hast einfach so einen Druck, du hast nicht mal zwei Minuten. Du kannst dann nur sagen, hallo, hier Ihre Post und tschüss, ich muss weiter. Und das ist echt scheiße. Und deswegen wäre es für solche Leute wirklich mal gut, wenn jemand da wäre, mit dem man mal reden könnte. Oder eine ohne Brieffragen gehen. Ob das die Post sein muss, eben, genau. Ob das die Post sein muss, ist eine andere Frage. In Schweden hat man es über den Briefträger gelöst. Ich weiß nicht, ob jeder Briefträger das möchte, aber das wäre zumindest mal eine Lösung. So. Gut. Super. Wir sind schon wieder bei völlig anderen Themen. Wie kriegen wir von Postbote und Seelsorge den Weg zur IFA? Weiß ich nicht. Von Seelsorge ist das. Seelsorge vertreten mit einem kleinen Büro, aber Post, naja. Aber Sie wollen noch über IFA reden oder hinterher? Nach der IFA. Wir sind da und vielleicht schaffen wir eine IFA-Podcast-Folge, oder? Wir sind zeitgleich da. Hat das jemand schon mal gecheckt? Ja, den Samstag oder den Sonntag. Vormittag könnten wir noch. Ach, verrückt. Da könnten wir theoretisch podcasten, wenn wir uns eine ganze Klimpe mitnehmen. Ja, vielleicht kriegen wir es auch mit einem kleineren Besteck hin. Herr Schack kann es in sein Auto schmeißen. Kleineres Besteck. In die Fahrradtaschen. In die Fahrradtaschen, genau. Er fährt ja mit dem Vanmove nach Berlin. Ich gucke gleich mal UPS an und frage, wie das beim Fahrrad aussieht. Ja. 150 Kilometer Reichweite heißt zwei Ladestops nach Berlin. Och, kann ja eine schöne Fahrt werden, wenn das Wetter stimmt. So. Ernsthaft jetzt? Ja, wenn wir noch ein paar Tage früher losfahren. Warum hat die IFA eigentlich kein eigenes Podcaststudio eingerichtet? Das wäre doch noch was. Sowieso dieser Pressebereich der IFA, der wirkt schon, der ist auch jedes Jahr Lehrer. Die haben da immer noch diesen Riesenbereich, jedenfalls im vergangenen Jahr, wo dann irgendwelche Dell-Computer rumstehen, an denen du dich als Pressevertreter setzen kannst. Das ist riesengroß der Saal und da sitzen dann gefühlt drei Leute. Ja, weil das WLAN da drin schlechter ist, ist das LTE draußen. Ja, das kommt noch dazu. Früher konntest du denn da so ein bisschen rumlümmeln und dies und jenes, also der Pressebereich, ja, da konnte man die Seele mal so ein bisschen baumeln lassen, was vielleicht auch nicht der Sinn des Pressebereichs ist, so im eigenen Sinne. Aber, ach je, also jetzt haben die ja so komische Sitzsäcke. Ich weiß nicht, ob jemand drin war letztes Jahr. Nein, ich habe mir das gar nicht gegeben, muss ich gestehen. Ach, Mann, Mann, Mann. Also nicht mal was rumlümmeln kann man doch. Ja, ich finde das, also die IFA ist nachher vor, ich halte es nachher für eine große Frechheit, also der ganz der ganze Ort da. Verschießt nicht das ganze Pulver. Wir machen tatsächlich, wenn du dann live mit drin bist und dieses Pain nochmal spürst, den Schmerz dann. Die Anzeigenschaltung der IFA geht jetzt auch gerade in diesem Moment den Bach runter. Das muss der IFA selbst, ja. Nicht die Messe-Stände und so ein Kram. Nee, also die meisten Hersteller geben es ja wirklich wahnsinnige Mühe, das da eben hinzubekommen. Haben ja auch ganz coole Stände, viele zumindest. Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist, fand ich, wirklich beeindruckend. Also es ist nach wie vor, wenn man mal nachmittags so Bock hat, sich mal so ein bisschen so Firmen und Technik vor Ort anzusehen, ist das nach wie vor so vielleicht ein Tagesbesuch wert? Ja. Ja, finde ich schon. So einige Hersteller, da sieht man auch mal wieder, wie der Markt sich verschiebt. Es gibt Kopfhörer, also die Kopfhörer-Hersteller haben längst eine eigene Halle. Da sieht man auch mal so andere Dinge, die man lange nicht, so Waschmaschinenhersteller, so die gefühlt irgendwie drei Meter, dieses Bullauge in der Waschmaschine ist jetzt gefühlt drei Meter groß. Ja, ja, damit du richtig schön zugucken kannst. Oder sind wir wieder bei der Firma Samsung, wo du dann nachträglich mit einer Klappe noch Sachen reinschmeißen kannst, wenn du das vergessen hast? Ehrlich? Ja, ja, die Ad-Wash heißt das. Man darf nur nicht einen Fehler machen und in die Halle kommen, ich habe vergessen, welche Nummer es ist, das ist jedes Jahr dieselbe Halle, wo diese Küchen-Zubehörgeräte drin sind. Da muss man nämlich sowieso schon, man muss in so einer Schlangenlinie da durchlaufen durch die Stände und dann in N-Form, um wieder rauszukommen. Also man macht unfassbar viele Meter, um diese 50 Meter lange Halle zu erbrücken. Aber ich bleibe auch jedes Mal in der Halle stecken, wo die ganzen Fernsehsender drin sind. Da gibt es keinen Ausgang, ne? Da gibt es keinen Ausgang. Ganz komische Halle. Die wollen das so. Also da steht man dann mitten auf der ARD-Bühne und weiß nicht mehr, wie man wegkommt. Das ist nur Hilfe. Während des Morgenprogramms. Ja, ich zahle GZ, lasst mich hier raus. Wie der Herr Alwörner durchs Bild rennt. Jedes Jahr. Guckt euch die ARD-Berichterstattung an. Ich laufe jedes Mal mindestens dreimal durchs Bild. Immer im selben Hemd. Das ist mein ARD-Hemd. Ja gut, also wir werden vielleicht es schaffen, davon live zu berichten und sonst, also nicht live, aber einen Podcast aufzunehmen dabei und sonst hört ihr hinterher auf alle Fälle, wie es bei uns war. Können wir das so zusammenfassen? Ich weiß jetzt nicht, ob ich große Dinge erwarte und ich weiß auch nicht, ob ich große Dinge versprechen kann. von der IFA, aber wir werden da sein und da rumlaufen. Genau. Ja, und wir werden berichten. Apple ist ja nicht da, ne? Nein. Soweit ich weiß nicht. Tolle Frage, Herr Schack. Aber ich habe das dieses zum ersten Mal gehört, das ist Zubehör. Von mehreren Großherstellern, dass sie nicht da sein werden auf der IFA. Okay. Ach, das betrifft alle Messen, glaube ich. Stefan, kannst du dich noch an die Musikmesse erinnern, dieses Drama, dass da in dieser Halle 5.1, wo die ganzen Recording und Computermusik und Synthesizer-Hersteller ausgestellt haben, die mal die brummendste Halle einstmals auf der Musikmesse war und auf einmal ausgestorben, waren immer mehr so Sitz-Garnituren auf einmal aufgestellt, wo früher mal Hersteller wie Native Instruments und Ableton und so waren. Ja, ich will nur nicht prognostizieren, dass der IFA genauso geht, aber früher oder später? Ja, Gefahr besteht. Also ich meine, es gibt ja noch die CES, die ja nun auch scheinbar mehr Nachklang und Nachbar hat. Es gibt auch noch die NAMM-Show, also das Gegenstück der Musikmesse. Ja, die CeBIT ist ja schon tot. Unglaublich, ne? Also mal gucken, wie sich das mit diesen Messen weiterentwickelt. Also wie gesagt, ich finde die IFA nicht unspannend. Nein. Ich bin nicht ungern da. Für, wie du sagst, für einen Tag finde ich sie tatsächlich, also wirklich mal erkunden, durchlaufen und so. Ja. Ab dem zweiten Tag, finde ich, fängt es eher an, anstrengend zu werden. Dieser Stern ist komisch übrigens, ne? Der kleine oder der große? Beide. Mhm. Wo es dann auch so im Keller geht. Ja, und man sich völlig verläuft und nicht mehr weiß, auf welcher Ebene man ist und die Toiletten sind auf Zwischenebenen. Also Freunde, dieses Berliner Messegelände, das ist sowieso merkwürdig, oder? Das ist eine tolle Frechheit. Ach, das meinst du? Ja, ja. Nein, nicht die Messe selber, sondern Gebäude und die Organisation. Dieses Berliner Messegelände, wo du dann auf einmal auf irgendwelche gefühlte Zimmer oder Haustüren zuläufst und die aufmachst und dahinter ist eine riesengroße Halle. Ja, ja. Ja, unglaublich. Und alles ist der beste Sowjetbeton, ne? Also von der Ästhetik her auch. Oder es passiert mir jedes Jahr auch wieder, dass ich mich in einer dieser komischen Parkhäuser verlaufe. Ja. Also, dass ich meine, ich laufe in einer Ausstellungshalle gerade. Und bist du plötzlich im Parkhaus. Und ich stehe in irgendeinem Parkhaus oder noch schlimmer, in irgendeiner LKW-Halle. Das ist echt merkwürdig. Deswegen, ich fahre inzwischen auch fast noch ein bisschen, also Presse hat ja so ein Schatz, also nicht nur Presse, aber auch Presse, Leute können diesen Shuttle da nutzen. Greifst du die Shuttle? Nein, ich stecke immer in irgendeinen ein. Genau. Und dann sagt ihr Hallen an. Es gibt eine blaue Linie, eine grüne Linie und ganz merkwürdig. Ich weiß immer so grob, wo ich hin will, sondern wenn ich das Hallenkreuz, wenn ich quasi möchte und dann halte ich in irgendeiner Halle dann, die ungefähr passt, halte ich dann an. Ich mache auch nur noch Pressetermine zur vollen Stunde, weil vergiss es, in Berlin zur halben Stunde was zu machen. Du hast nicht den Hauch einer Chance, rechtzeitig da zu sein, weil du verlierst dich irgendwo zwischen den Hallen. Und dann läufst du auch in Halle 7 und auf einmal stehst du vor Halle 25. Genau. Ich sehe den Zusammenhang überhaupt nicht. Ich wollte in Halle 8. Wo ist die Halle 8? Und wo sind 9, 10, 11 und so weiter? Merkwürdige Angelegenheit. Ja, Herr Molz hat ja das vergangene Jahr schon gereicht. Der kommt ja gar nicht mehr mit. Erwischt. Genau. Der lächelt jetzt gerade nur in sich hinein, weil er denkt, ja, ja, macht ihr das mal. Ganz ehrlich, ich fand das alles gar nicht so schlimm. Auf irgendeine komische sadomasochistische Weise freue ich mich auch wieder auf die IFA. Siehst du? Siehst du? Wie lange hält so ein GoPro-Akku? Können wir Thomas von der GoPro-Kamera umhängen? Das war den ganzen Tag einmal alles, allen Wegen. Mein IFA-Tag. Ja, gerne. Gibt es diese Anhänger für Smartphones noch? Dann kann ich einfach eine Smartphone-Kamera laufen lassen. Ja, gibt es auch noch. Die waren letztes Jahr ganz in. Da musst du an jedem IFA-Stand, Pressetermin hast du so ein Ding hinterhergeschmissen bekommen. Und du wolltest oder nicht. Ja. Ja, dann. Ich habe letztes Jahr auf der IFA irgendeinen norwegischen DJ umgerannt, von dem er mir danach gesagt hat, dass er ganz berühmt ist. Ja, ein Heimer Kopfhörer von dem Typen. Und zwar mit K irgendwas, kann das sein? Siehst du, kommst auch nicht mehr drauf. DJs. Warum nicht so prägend? Ich war DJs. Ich habe lange nicht mehr so gedacht. Ich war vorgestern in der Elbphilharmonie in Hamburg und habe das Konzert von Chili Gonzales genossen. Hast du ja nicht vor kurzem schon mal denselben Chili Gonzales? Ich habe sechs Jahre lang keine Tickets bekommen. Ich habe dieses Jahr vielleicht zweimal gesehen. Das ist, mein Jahr ist schon gelaufen. Besser wird es nicht mehr. In der Regel spielt er ein Drittel des ersten Konzertes, sitzt einfach nur da und spielt da so vor sich hin und spricht auch mit niemandem. Und danach hat er so ein Entertainment-Programm, wo er auch viel erklärt zu seinen Songs und wie er die Songs geschrieben hat und warum er Dinge gemacht hat. und hat dann auch eine großartige Celliste mit auf die Bühne geholt. Stella LePage heißt sie. Weil, was er sagte, ist, dass man mit dem Klavier eigentlich keine gute Musik machen kann, also als Pianist, weil man Klaviere nicht zum Singen bringen kann, wie das halt andere Streichinstrumente haben. Und man muss sich schon sehr ans Zeug legen, damit ein Klavierhaupt eben schön klingt und fing dann an, völlig unmotiviert auf welchen Tasten rumzudrücken. Und dann so, naja, das ist halt das Gleiche. Das ist völlig egal, ob das jetzt ich hier mache, als seit Jahrzehnten geschulter Musiker und hier auf die Taste drückt. Das klingt genauso, wie wenn das jemand macht, der das Gegenteil von einem geschulten Musiker ist. DJs zum Beispiel. Also in der Elbphilharmonie, da war Stimmung. Das war gut. Ja, gut. Gonzales diss to DJs. Wie hieß das? Wie hieß das, der scheiß DJ? Ich habe auch schon versucht zu googeln, aber... Er ist auch Schwede, glaube ich. Nicht Norwege. Oh, der fängt schon an. Und ich habe mich auf Norwegisch entschuldigt. Der konnte ich ja nicht verstehen. Ich habe noch einen Versuch hier, den zu finden. Da sind sie live dabei entwickelt. Kaijo, Koya, Koya, irgendwie so. Kaijo. 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 Kaijo, K-Y-G-O. Habe ich immer noch nie was von gehört. Da fängt schon an. Das aber habe ich noch umgerannt, weil... Tja. Und wir hatten hier den großartigen Kopfhörer Kaijo A9-600BT-Test. Genau, du hattest Kopfhörer, genau. Ja. Tatsächlich sind die ganz cool, wenn man bei dem in der Software hat man so einen Koordinatenkreuz, wo, keine Ahnung, auf der einen Seite steht irgendwie, ich glaube, steht Musikrichtungen drin, von Klassik, Rap, Pop und irgendwas anderes. Und wenn man den Kopfhörer einrichtet, wird einem Musik vorgespielt. Und man kann mit dem Finger in diesem Koordinatenkreuz die Akustik so verschieben, dass es gut für einen klingt. Das fand ich ganz cool. Das ist irgendwie, nimmt so die Komplexität aus diesem ganzen Equalizer-Krams raus, sondern ist ein Punkt im Koordinatensystem und schiebst ihn dahin, wo es geil für dich klingt. Das fand ich spannend. Also Schwede ist er. Der Kopfhörer kommt aus Schweden. Falls ich ihn wieder umrenne. Kann ja passieren. Kann ja, ey, was auf Schwede ist. Ah, nee, guck mal, der Kopfhörer kommt, aus Schweden. Aber der Typ ist wirklich Norweger. Verdammte Axt. Ja, siehst du. Siehst du wohl. Also, Kygo, wenn du zuhörst, es tut mir immer noch leid. Ja, ich glaube, er spürt den Schmerz auch noch. Okay, Google. Was heißt Entschuldigung auf Norwegisch? Önscheling. Siehst du? Önscheling. Önscheling, das ist doch geil. Kannst du dir merken. Gut. Geboren aber in Singapur. Also Thomas läuft jetzt die ganze Zeit über die IFA und sagt Önscheling, Önscheling, Önscheling. Ich freue mich drauf, dir zu begegnen. Aber der Stand, wo er aufgetreten ist, Akipa, die haben mich wieder eingeladen. Insofern. Okay, bisschen nicht so negativ aufgefallen. Vielen Dank für die Einladung. Auch wieder mit der grünen Karte für Getränke und so. Ach, du meinst, vielleicht muss ich abspülen oder so. Ich weiß nicht, letztes Jahr hatten die so eine lustige Clubkarte da, wo man dann Entscheling, Bier bekommen hat. Ja. Gut. Ja, okay. Damit sind wir am Ende unserer Ausgabe, richtig? Genau. Ich denke auch. Herr Molz, haben Sie noch was? Alles gut. Gut. Alles gut. Genau 13 Uhr. Ja, traumhaft. Auch für die Hörer jetzt wichtig. Ja. Und das Wetter wird gut. Das Wetter wird gut. Insofern, alles super. Das wir jetzt... Das verdammt. Das ist jetzt also bei... Das hier ist keine... Das hier ist keine Live-Radiosendung. Aber gut. Wenn es bei euch... Also jetzt nicht gerade 13 Uhr. Jetzt habt ihr den Podcast falsch gehört. Muss man zurückspulen. Da müsst ihr aber zurückspulen. Was haben wir genau? Drei Stunden gesendet? Oh, das ist ja wieder ärgerlich. Zwei Stunden 38 ist es jetzt. Es ist halt auch Freitag und auch für mich die siebte Stunde. Wir hören uns auf. Ja, wir machen jetzt... Schönen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann vermutlich erst nach der IFA wieder. Ja. Vielleicht nach der Keynote oder zur Keynote. Ja. Aber da sind wir alle auf der IFA. Na du und wir nicht mehr. Herr Schack und ich sind schon zurück. Ach. Wir reisen früher ab. Ja. Ich halte das länger. Wir reisen am 8. ab. Ich darf hier die ganze Zeit abreißen. Du darfst den Rest so... Du hast dich umgerissen, doch da irgendwie 14 Tage auf der IFA rumzunehmen. Ich muss mir ja beim Abbau helfen. Jeder. Genau. Jeder durfte freiwillig sagen, wann er wie lange möchte. Also insofern kannst du hier niemandem die Schuld geben, außer dir selbst. Das ist übrigens mein wahres IFA-Heilert jedes Jahr. Abbauen helfen? Mich nicht zu treffen? Das aufbauen. Das alles. Önscheling, Önscheling, Önscheling. Das aufbauen. Also dieses Jahr komme ich da später, aber normalerweise bin ich ja auch schon an diesem Presse, inoffiziellen Pressetag irgendwie da. Und man läuft dann abends um 8 Uhr noch diese Hallen und nichts ist fertig. Nicht mal der Boden ist fertig. Am nächsten Morgen schlägt es um 9 Uhr da auf und alles ist wie geleckt. Und früher auf der Musikmesse, da haben wir ja auch mit der Beat da unseren eigenen Stand gehabt. Und die Aufbaufase von diesem Stand, anfangs haben wir es selber gemacht. Das war unwahrscheinlich leidvoll. Aber nachher hatten wir tatsächlich auch so eine Firma, die uns den Stand aufgebaut hat. Und das war ungemein aufregend. Auch wir haben früher mal mit der MacLive auf einer MacMesse in Deutschland gestanden, die er Falke Media ausgerichtet hat. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß, aber es war unheimlich viel Arbeit, das aufzubauen und Hefte zu schleppen in erster Linie. Aber das war schon aufregend irgendwo. Schon? Ich fand das auch cool. Ich habe noch ein paar Jahre mitgemacht, als wir Falke Media einen Stand auf der IFA hatten. Ich habe mich dann nie zum Dienst einteilen lassen, weil das immer doof ist. Da kommen dann irgendwelche Leute, die dann ein völlig anderes Heft abonniert haben und dann irgendwie mit dem Problem, also tatsächlicher Leute, die dann irgendwie ein Problem vortanzen. Und ich so, boah, das machen wir auch das Heft? Cool. Das kenne ich noch gar nicht. Ich zeige es umher. Ich hätte es nicht gefunden, wenn es so Sprechstunden gegeben hätte. An so einem Stand. Ja, von 13 bis 14 Uhr, Herr Schack ist für Sie bereit. Ja, oder so drei Stunden mittlerweile von mir aus. Dienstag ist der Mac-Tag, Donnerstag ist der Zaubertopftag. Da gibt es so ein Telewix-Magazin. Bist du mal in die Verlegenheit gekommen, ein Heft unterschreiben zu müssen? So als Chefredakteur und so? Nee. Oder als Redakteur? Nee. Das war damals noch bei der Amiga und Atari Zeitschriften, die wir hatten. Da waren echt Hardcore-Fans und da durftest du so dein Editorial unterschreiben und so. Das war strange. Aber auch ein bisschen motivierend. Das hat dir doch auch gefallen, oder nicht? Ein bisschen schon. Vielleicht müssen wir dann doch nochmal wieder mit dem Stand auf so eine Messe. Ich bin überhaupt in der freien Wildbahn nur ein einziges Mal erkannt worden. Da war ich in München und der Abend davor war sehr lang und ich war völlig verstrahlt am nächsten Tag noch am Flughafen und hab mich da auf irgendeinen Platz gerettet, dann so ein Warteplatz, wo eine Steckdose war, weil ich es nachts verpeilt habe, mein iPhone zu laden. Und ich hing da wirklich in den Seilen. Und so zwei Bänke weiter saß ich mit der, die MacLive gelesen hat. Und der guckte immer, also wie in so einem schlechten Sketch, so in das Hemd und zu mir rüber. Und der so, alter, nein. Einfach, einfach, sag einfach nichts. Aber ich will sehr sicher, dass der mich erkannt hat. Und ansonsten, ich habe unterschrieben Autogramme, aber habe ich es noch und nöcher gegeben, habe ich schon mal erzählt, vom THW Kiel. Nein. Aber nie, also ich habe lange Jahre mein Unternehmenshandball gespielt, nie beim THW Kiel. Aber ich war schon immer THW Kiel Fan und immer wenn der THW Kiel Meisterschaft oder sonstiges gewinnt, ist dann an dem Abend des letzten Spiels große Feier hier auf dem Rathausplatz und am nächsten Morgen, so bei zehn rum, treffen sich alle Spieler und der Stab und so hier in der Forstbaumschule. Das ist zum einen Park, zum anderen aber auch ein Gastronomiebetrieb und machen da irgendeine so eine Brunch-Geschichte draus. Das hat durch Überraschung in den letzten 30 Jahren rumgesprochen und das hat so einen riesen Menschen auflaufen, weil die dann auch immer draußen sind und irgendwie Autogramme geben und mit denen man schnacken kann und das ganz nett ist. Ich bin da durch Zufall tatsächlich reingeraten. Ja, wirklich. Und habe dann das ganze Ding, weil mir das zu viel ist, hinten über den Parkplatz raus verlassen. Und als ich rausging, kam da gerade der Trainer, also inzwischen der Ex-Trainer, hat dieses Saison aufgehört, Alfred Gislason an und da war es im Auto gerade so ausgestiegen und ich passierte das Auto gerade so und habe ihm freundlich zugewunken und habe, ich weiß nicht, was ich gesagt habe, aber es war eine wirklich coole Saison und THW Kiel hat keinen einzigen Punkt abgegeben, haben alle Spiele gewonnen. Ah, diese Supersaison. Die Supersaison, genau. Und habe mich als Fan noch kurz dafür bedankt, dass es echt cool war und Spaß gemacht hat, dazuzugucken dieses Jahr. Und da waren wir aber auch schon umringt von einer Herrscher von Kindern und Jugendlichen, die ihm alle möglichen Poster und Hefte zu sich gehalten haben zu unterschreiben. Und dann mir. Der nun auch, also, nur entfernt an einen Handballspieler erinnert von der Statur her. Naja, Torwart geht immer. Torwart geht immer. Und man musste. Aber Alfred, Alfred Gislason, das ist sowieso eine coole Sau. Ich bin also in diversen Interviews, also ich habe keine mit ihm geführt, aber schon gesehen mit ihm und das ist wirklich eine coole Sau und sah dann meinen verzweifelten Blick und sagte eiskalt, unterschreib einfach, die wissen eh nicht, wer wer ist. Von daher. So ein bisschen herablassen. Echt? Naja, aber es wird so irgendwas zwischen 30 und 40 Kinder- und Jugendzimmer in Kiel gegeben. Das ist auch schon sechs, sieben Jahre her. Wo jetzt Herr Schax? Wo Poster an der Wand hängen, mit meinem Autogramm auf so THW-Poster. Und weiter werde ich es nie bringen. Wobei man dazu. Davon Alvorn fällt gerade vom Stuhl. Ich möchte so ein Poster, wenn das jetzt gerade jemand hört. Ich kaufe euch das ab, wir müssen uns über den Preis einlegen, aber ich möchte so ein Poster. Wobei man dazu sagen muss, dass Herr Schack ja, er mag nicht beim THW Kiel gespielt haben, aber immerhin beim TSV Altenholz. Ja. Die ja auch, auch wenn man nicht weiß, wo Altenholz ist, nicht so genau, in der zweiten Liga und auch mal Bundesliga gespielt haben. Aber ohne mich. Ach so. Okay, ein Weltbild bricht für Thomas zusammen. Nun will ich nicht mehr dein Autogramm haben. Aber ich habe mal, fast ein Jahr lang habe ich Schleswig-Holsteinsche Landesauswahl gespielt. Das ist nicht schlecht. Das ist schon nicht schlecht. Das ist schon nicht schlecht. Mit wie alt war ich da? 15, glaube ich. Zumindest kein anderer in der Make-Live-Redaktion von sich behauptet. Nein. Ja, genau. Meint ihr eigentlich, es hört noch jemand zu? Ich glaube gerade jetzt. Jetzt, die Leute sind da alle hingesprungen, die springen eh immer zum Ende, weil sie hoffen, da kommt noch was. Sowas wie die Handballgeschichten. Wer ist noch dabei, ist das eh ein Freund. Ja, genau. Das war jetzt also für die ganz treuen Hörer, Hörerinnen und Hörer. Ja. So. Gut, soll reichen, oder? Ich glaube, jetzt beenden wir es wirklich. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Bis dann, dann. Hast du denn deine Nummer parat? Bitte lesen Sie unseren Datenschutzhinweis, den Sie auf der Startseite ups.com finden. Wahrscheinlich steht da drin, dass wir nicht aufnehmen dürfen. Machen wir auch nicht. Ihre Information. Vielen Dank. Vielen Dank.